Die Zeit der langen Tage, deren blendendes Licht mitunter kein Ende nehmen wollte. Mit unendlichem Wohlgefallen lauschte das Fräulein dem Konzerte, das ihre Uhren abhielten. Hier die zahlreichen Mosieus, dort die Damen mit den süßen, himmlisch hohen Prachtpuppös. Laberfach Der poetische Realismus Moin zum 32. Laberfach, heute mit Julia Hallöchen Und Caro Hallihallo Und Paul Ich bin auch da, hallo Und mein Name ist Stefan. Wir haben uns ja immer noch die lebenslange Aufgabe ans Bein gebunden, alle Epochen der deutschen Literatur einmal durchzusprechen. Wir irren immer noch irgendwo im 19. Jahrhundert herum. Achte Epochenfolge, der poetische Realismus oder auch bürgerlicher Realismus, liest man auch manchmal. Caro, wann ist der dir begegnet? Oh, schwierige Frage. Ich meine, wir hätten in der Schule, also als ich in der Schule war, was von Fontane gelesen, kann mich aber auch irren. 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 Wir irren und wirren ja immer noch darum. Ich, so bewusst als Literaturepoche hatten wir ja schon beim letzten Mal das Thema, Literaturepochen so explizit sind mir zu meiner eigenen Schulzeit nie so wirklich begegnet. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir da, so wie ich das mit meinen heute mache, so Specialstunden zu Literaturepochen mache, weiß ich gar nicht. Also wenn, dann wirklich bewusst im Studium. Ja, da auf jeden Fall Fontane, klar. Ja, aber ja, kann ich mich jetzt bewusst nicht daran erinnern, wenn, dann eher Naturalismus, aber der kommt ja am einen anderen Mal. Nächste Folge. Kannst du was mit dem Realismus anfangen? Jetzt? Ja. Also jetzt in diesem Moment? Ja klar, logisch. Für mich ist es so eine literarische Gelenkstelle zwischen dem eher poetisch verkopften, abstrakten Kram und dem eben realen Kram, so als für mich aber immer nur so eine Übergangsstation zum Naturalismus gewesen, dass ich mir so über dieses poetologische Konzept des Realismus habe ich mir nie wirklich Gedanken gemacht, gebe ich oft zu. Vielleicht auch deswegen von mir persönlich ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Aber klug ausgedrückt. Ja, ja, es geht heute so in die Richtung Real Stuff, ja. Mhm, aber trotzdem immer noch, ja, poetisch. Poetischer Real Stuff. Oh, schön. Gefällt mir. Nice. Paul, wann ist der dir über den Weg gelaufen? Der Real Stuff? In Vorbereitung auf diese Folge ist dann der poetische Realismus auch bei mir angekommen. Ich muss zugeben, ich hatte da vorher gar keine großartige Berührung damit. Ich habe auch erst jetzt erfahren, dass theoretisch zumindest aus dem französischsprachigen Raum Honore de Balzac dazu zählt, ja auch zum Realismus. Da habe ich mal ein Buch von gelesen. Honore. Der Honore. Honore. Ich habe es mir verkniffen, Julian. Honore. Ja, wie gesagt, bis jetzt noch gar keine Berührung, aber ich finde das toll. Ich lasse mich dann heute von euch aufklären, was es denn mit diesem poetischen Realismus an sich hat. Woran man den denn erkennt überhaupt? Das finde ich gut. Da lerne ich wieder was. Gute Frage. Was ist dein erster Eindruck? Oh, das ist, ähm, okay. Zeitweilig spaßig. Zeitweilig spaßig. Macht man ein bisschen was anderes als die Epochen davor? Schon okay. Kann man machen. Okay, kann man machen. Gut. Julia, wann trat der Realismus in dein Leben? Ja, also mir erging es so ähnlich wie Caro. Ich kann mich auch, obwohl ich Deutschleistung hatte, bei Sonja Winkler, wir erinnern uns, ich habe sie schon länger nicht mehr erwähnt. Grüße. Grüße raus. Ich kann mich echt nicht erinnern, dass wir irgendwie so epochenmäßig eingestiegen sind, so richtig. Aber ich habe ja, also ich habe auf jeden Fall Effi Priest gelesen und auch sonst von Fontane andere Dinge im Deutschunterricht. Ja. Und ich finde es auch ganz cool, ganz cool eigentlich, so dieses realistische. Jetzt in Vorbereitung auf diese Folge habe ich ja auch noch einiges andere gelesen und fand ich alles irgendwie super interessant. Also ich mag das auch eh gerne so ein bisschen. Ich bin ja kein Fantasy-Fan. Also Realismus finde ich schon besser. Und insofern habe ich mich da ganz wohl gefühlt. Okay. Deppam, wie sieht das bei dir aus? Wo sind deine Berührungspunkte mit dem Realismus? Ich glaube, das erste Mal war auch Fontane. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich in der 12. oder 13. Klasse, keine Ahnung, Irrungen, Wirrungen von Fontane lesen musste. Das einzige Werk im Oberstufenlehrplan, das ich noch schlimmer fand als Emilia Galotti. Grauenvoll, dieses Buch. Also ganz grausam. Ich fand es ganz schrecklich, weil das einfach so ein endloses Geschwafel war. Das hat mich völlig fertig gemacht. Also wer sich meine Reaktion vorstellen will, erinnere sich an die Effi-Briest-Folge. Ich hatte da ähnliche Probleme mit. Also wirklich diese 10.000 Ausritte zwischen irgendwelchen Adeligen, meine Herren. Es ist nicht ganz mein Tässchen Literatur. Also es hat mich als Schüler echt schon fertig gemacht. Also diese Sprache, diese endlosen Sätze, weiß ich nicht. Und ich hatte auch ganz oft das Gefühl, insbesondere bei Irrungen, Wirrungen, das führt alles zu nichts. Also ganz viel adeliger Smalltalk und nochmal Smalltalk und nochmal Smalltalk. Und dann hatte ich irgendwie so am Ende das Gefühl, ja gut, schön, dass ihr mal drüber gesprochen habt. Ja, es ist witzig. Bei mir geht es da ganz anders als Julia. Ich bin ja so literarisch auch so ein kleiner Realitätsverweigerer. Ich sage, ich brauche immer so ein bisschen Fantasy oder zumindest, ja, wie du gerade sagtest, Stefan, ich fand es dann, so eine Dunkel-Effi-Briest in der Schule, so, ja, schwierig. Schwierig, schwierig. Das braucht immer so ein Twist. Ich mochte Effi ja echt gern. Da fehlt mir so ein bisschen der Glitzer, ich weiß auch nicht. Also so für den Anfang, es ist ein weites Feld. Einige können mehr damit anfangen, einige weniger. Es ist ein weites Feld. Ja, kommen wir heute auch nochmal drauf. Das muss, wie unsere SchülerInnen so schön sagen, ja, das muss sich dann jeder selber überlegen, wie er das findet. Witzig, fast gespuckt. Am Ende muss doch jeder selber interpretieren, wie er das, was er da drin lesen mag. Ja, genau. Besonders schön als Urteil für die Eins am Ende einer Klausur. Genau, da gebe ich mal tausend Punkte für. Okay, ob das in den Lehrplan gehört, ob der Realismus in den Lehrplan gehört, da schauen wir mal am Ende, genau. Wie in jeder Epochenfolge haben wir alle ein Thema mitgebracht. Wer hat es gedacht, ich fange mit dem Geschichtspart an, unterstützt von der lieben Caro, Geschichtslehrer Power mal zwei. Mein Thema heißt heute Otto, Reichsgründung reloaded. Wird auch ein bisschen blutig tatsächlich. Das klingt ja ein bisschen wie die Terminator-Reihe. Ja, man unterschätzt immer, wie alt Otto ist, ja. Wie alt Otto ist. Paul, was gibt's bei dir? Wir gehen heute in das verranzte Schlösslein. Das wird mein Teil sein. Wir gehen in Pauls verranztes Schlösslein. Nicht sich explizit in Mainz, da lasse ich selten Leute rein. Gut. Wir nehmen das erstmal so hin. Julia, was gibt's bei dir thematisch? Mein Thema heißt Autogrammkarten einer Uhrmacherin. Da kann sich jetzt kein Mensch was drunter vorstellen. Richtig, schaltet ein. Die Spannung steigt. Und Caro, was gibt's zum Abschluss? Ich habe ja bekannterweise einen kleinen Hang zum morbidem und deswegen gibt's bei mir ein Kapitel mit dem Titel Ende gut, alle tot. Was für ein schöner Abschluss, oder? Ja. Gar nicht trinken, oder? Okay. Dann können wir loslegen. Otto Reichsgründung Reloaded schließt an die letzte Epochenfolge an. Ich komme mir ein bisschen vor wie in einer üblichen Folge. Wo waren wir stehen geblieben? Noch mal so ein bisschen das, was bisher geschah. In der letzten Epochenfolge hatten wir lang und breit über das Epochenjahr 1848 gesprochen und den gescheiterten Versuch einer deutschen Revolution. Das Bürgertum, also die gehobene Mittelschicht, nicht Friedrich Merz, sondern eher so Gerüsten und Lehrer und Ärzte und sowas. Die hatten versucht friedlich, also mit dem Adel zusammen und mit einer ganzen Menge Arbeit. Und eine ganze Menge schlauer Ideen, endlich mal ein Deutschland zu gründen aus diesen zig Fürstentümern und diesen Flickenteppich mal zu beseitigen und sich dabei auch nochmal so ein bisschen Grundrechte abzustauben und eine Verfassung und sowas. Das war krachend vor die Wand gefahren. Der absolutistische Adel hatte sich mal wieder durchgesetzt. Die Adeligen hockten wie die Glucken auf ihrer Macht, insbesondere Österreich und Preußen, die beiden Eifertierchen im deutschsprachigen Raum. Die hatten beide die deutsche Kaiserkrone auf dem Silbertablett abgelehnt. Ne, will ich nicht haben. Und jetzt wird es heute spannend. 1848 war es das letzte Mal. Und jetzt ist ja die Frage, warum war das dann 1871, also nur 22 Jahre später, mit der Reichsgründung auf einmal möglich? Ich muss kurz reinkrätschen und wenn ich gerade lachen muss, wenn du sagst, jetzt wird es spannend, das sage ich immer im Geschichteunterricht, jetzt wird es spannend und dann die Schüler dann so, nein, was, nein. Ich finde das alles sehr spannend, ja. Ja, das sage ich dann auch immer dazu. Ihr seid ja auch Geschichtssäure. Ich finde es spannend. Direkt nach 1848, da war der Absolutismus im deutschsprachigen Raum wieder so stark wie nie zuvor. Also die bürgerlichen Revolutionäre, die da in der Paulskirche gesessen hatten, die waren weg vom Fenster. Die saßen entweder bei ihrem örtlichen Fürsten im Knast oder die waren bei der Auflösung der Märzministerien vom Militär der Adeligen totgeschossen worden oder die waren ausgereist. In den 1850er Jahren gab es eine riesige Ausreisewelle von Revolutionären, die flohen in die USA oder nach Großbritannien oder sonst wohin, damit sie nicht mehr verfolgt wurden. Ja, und der Absolutismus war voll zurück im deutschsprachigen Raum. Das sieht man insbesondere an diesen beiden supermächtigen Streithähnen, an Österreich und Preußen. In Österreich wurde 1854 Kaiserin Elisabeth gekrönt. Sie ist sie. Sie ist sie. Sie ist sie. Branden. Es geht einfach nicht ohne. Sie ist sie von Amst. Genau. Es geht einfach nicht ohne. Kultur gut. Weihnachten ist ja auch noch nicht so lange her. Die Kitschfilme mit Romy Schneider, die ja an Weihnachten gefühlt abwechselnd mit Harry Potter und Herr der Ringe laufen. Ja, die hatte ihren Cousin Franz Josef den Ersten geheiratet 1854 und war da mit Kaiserin. Wie man das so macht im Adel. Ja, kommen wir gleich auch nochmal drauf. Also man sieht es schon an den Filmen. Also ich kann mich da jetzt an keine Szene erinnern, in denen Sissi das Parlament ausruft oder die Demokratie gründet oder sonst was. Das war halt völliger Absolutismus, was sie da praktiziert haben. Sissi sagt, was gemacht wird und das wurde dann gemacht. So. Punkt. In Preußen sah das ganz ähnlich aus. Der preußische König Friedrich Wilhelm IV., der hat ja noch groß herumgetönt in der letzten Folge. Ja, ja, hier Preußen, die kriegen jetzt ein Parlament und eine Verfassung und sowas. Also ganz große Zugeständnisse ans Bürgertum. Ja, völlige Lachnummer. Eine Verfassung, die gab es theoretisch auf dem Papier. Was da vor allem drin stand, war, dass Friedrich Wilhelm IV. jetzt König von Gottes Gnaden war. Also Gottes Gnadentum. Man war buchstäblich zurück im Mittelalter. Ja, und dieses Parlament, das war ein absoluter Papiertiger. Also die Leute, die da drin saßen, die durften gar nichts wirklich entscheiden. Und es gab ein Dreiklassen-Männer-Wahlrecht in Preußen, das nach gesellschaftlichem Stand und Kontostand ging. Und das endete darin, dass in der eigentlich relevanten Kammer eigentlich nur noch Adelige saßen. Und also selbst deren Stimmabgabe war öffentlich. Und also es war eine völlige Lachnummer. Die Antrittsrede in diesem preußischen Parlament habe ich mal Schülerinnen und Schüler in einer Geschichtsklausur analysieren lassen. Die haben sich während der Klausur kaputt gelacht, wie platt das ist. Also Friedrich Wilhelm IV. sagt als erstes, ja, und die Leute, die da sitzen, die Politiker, die brauchen sich nicht einbilden, dass sie jetzt irgendwas entscheiden. Und wenn jemand vorhat, einen Antrag einzubringen, dann soll er sich bitte dreimal vorher überlegen, ob er damit wirklich seinen König belästigen will. Das sagt er in dieser Rede. Okay. Ja. Absolutismus. Als reiner Demokrat, würde ich sagen. Lupen reiner Demokrat. Aber ehrlich. Aber ehrlich. Aber ehrlich. Aber ehrlich. Also um es kurz und knapp zu sagen, das Bürgertum sagt keine Chance mehr, dass es mal so ein geeintes Deutschland geben könnte. Aber, wie gesagt, am Ende dieser Folge werden wir ein geeintes Deutschland haben. Am Ende dieser Folge. Am Ende. Meinst du, wir schaffen das heute? Oh Mann. Es ist so aufregend. Egal, wie lange dieser Part wird. Ja, wir schaffen es. An dieser Stelle kommen wir nämlich zu der Schlüsselperson auf dem Weg zur Reichsgründung. Den Namen hat man auch schon mal gehört, wenn man in Geschichte weitgehend gepennt hat. Otto von Bismarck. Ja. Der von dem Hering, ne? Ja, ja. Würde auch sagen, das war doch irgendwas zum Naschen oder so, ne? Ich weiß ja nicht, was du naschst, aber ich nasche normalerweise keinen Hering. Ich hätte ihn nicht vernaschen wollen. Schön abends beim Fernsehen. Ein Bismarck-Ehring nach dem anderen. Mh, lecker. In Schubel. Ich glaube, Paul verwechselt das mit den Mozart-Kugeln, Paul. Das war ein anderes. Das kann auch sein. Echt? Auch eine historische Persönlichkeit. Das ist ein geeintes Deutschland. Ja. Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen. Der große Staatsmann, wie er immer genannt wird. Der wurde im Jahr des Wiener Kongresses 1815 in eine uralte merkelische Adelsfamilie geboren. Der hatte als preußischer Gesandter in St. Petersburg und Paris schon so einige politische Erfahrungen gesammelt. Und der galt als sehr ehrgeizig, geradlinig und völlig humorlos. Also der ideale Preuße. Und der war ganz hervorragend in erzkonservativen, absolutistischen Adelskreisen vernetzt. Und der wurde 1862, also mit 47 Jahren, durch ganz, 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 ganz viel Vitamin B zum Ministerpräsidenten von Preußen berufen. Also zur rechten Hand des Königs quasi. Wort, Wortwitz, rechte Hand des Kaisers. Bitte, lass uns das mitnehmen. Oh! Explain, explain. Rechts, rechtskonservative Hand des, ach, schön. Ja, genau, genau, genau. Der zeigte nämlich im preußischen Parlament ganz schnell, wer er ist. Ein total absolutistischer, konservativer Hardliner, der völlig rücksichtslos die Interessen des Adels durchprügelte und den Bürgerlichen, ohne mit der Wimper zu zucken, seinen ganzen fetten Repressionsapparat auf den Hals jagte. Also von Pressezensur, über Bespitzelung von missliebigen Bürgern, über willkürliche Abmahnverfahren gegen preußische Staatsbeamte. Name it, ein ganz harter Hund, der beim konservativen Adel super beliebt war und von oben herab gegen dieses blöde, nervige Volk regierte. Ekelhafter Pöbel. Ja, widerlich, ne? Leute, die nicht blaublütig sind. Gar kein Fond im Leben. Rede ich gar nicht mit. Abschauen. Allerdings war der jetzt ganz interessant. Der ließ nämlich schon in den 1860ern in öffentlichen Reden ziemlich markige Sprüche fallen, bei denen die Bevölkerung doch hellhörig wurde. Ich zitiere mal. Bismarck sagte, für beide ist kein Platz nach den Ansprüchen, die Österreich macht. Also können wir uns auf die Dauer nicht vertragen. Wir atmen einer dem anderen die Luft vor dem Munde fort. Einer muss weichen. Oder vom anderen gewichen werden. Bis dahin müssen wir Gegner sein. Ui. Und da hört man ja schon mal raus, also dieser österreichisch-preußische Dualismus, der nervte ihn schon. Und offenbar hatte er direkt nach Amtsantritt vor, da eine Entscheidung herbeizuführen. Also diese beiden Streithähne, dieses ganze Gerangel, das wollte er beenden, offensichtlich. Er galt ja auch so konservativ, wie er war, als einer der ersten richtigen Realpolitiker. Realismus. Oh, das war alles so gut zusammen heute. Es fügt sich. Es fügt sich. Ja, als wirklich Realpolitiker, der bis Amtsende dann auch war, zeigt sich schon früh. Also er hat viel gewollt, aber es war alles so, wo er wusste, es geht. Also muss man schon sagen. Ja. Ich habe noch ein zweites Zitat. Er schrieb ebenfalls zu der Zeit, Preußens Grenzen sind zu einem gesunden Staatsleben nicht günstig. Nicht durch Reden und Majoritätsbeschlüsse werden die großen Fragen der Zeit entschieden. Das ist der große Fehler von 1848 und 1849 gewesen, sondern durch Eisen und Blut. Und da wurden die Leute natürlich ganz hellhörig. Das klang ganz schön nach Reichsgründungen gerade, oder? Ja, wobei es gab auch Leute, die haben schon den Braten gerochen, wie er eben durch Eisen und Blut, wie das funktionieren soll. Hätte ihm ja fast vorzeitig sein Leben gekostet, guten Otto. Also die Leute haben das schon gesehen. Da gibt es diese ganz berühmten Karikaturen, wie eine Hand, also eine preußische Pickelhaube oben auf die Deutschlandkarte setzt. Also offenbar war diese Idee von einer Reichsgründung noch nicht gestorben. Aber Bismarck wollte, dass das von preußischer Seite ausging. Und wenn man sich mal die Karte so anguckt, dann wird das auch ganz schnell sichtbar. Caro hat es in der letzten Folge erwähnt. In den 1860ern, da sieht man, dass die Länder so über wirtschaftliche Bündnisse immer mehr zusammenwachsen. Also 1834 war es losgegangen mit dem Deutschen Zollverein. Der war auch vor allem auf Initiative von Preußen entstanden. Damit wollten die diesen Flickenteppich so ein bisschen abmildern. Wenn man an jeder Milchkanne irgendwie Zoll bezahlen muss, dann geht das mit der Industrialisierung nicht ordentlich. Und dieser Zollverein, der sorgte jetzt schon dafür, dass diese ganzen kleinen Deutschländer irgendwie zusammenwachsen. Und seit dem Wiener Kongress 1815 gab es außerdem den Deutschen Bund, also ein weiteres Bündnis, in dem die deutschen Länder irgendwie die ganz großen Fragen abstimmten und eine gemeinsame Richtung irgendwie absprachen. Seit 1861 nutzte da auch der frisch gekrönte preußische König irgendwie seinen Einfluss und nutzte das als Bühne, um Reden zu halten. Und dieser preußische König, der Neue, das war ein gewisser Wilhelm Ierste. Ja, der Wilhelm Ierste. Und wenn man sich die Karte mal so anguckt, das wächst schon alles immer mehr zusammen, auch ohne Krieg. Und das kommt immer mehr unter preußische Fuchtel. Die Frage ist jetzt immer, die sich natürlich, diese Was-wäre-wenn-Frage, ich bin ja ein großer Fan von Was-wäre-wenn-Fragen, wie lange es gedauert hätte ohne Krieg und ob es überhaupt funktioniert hätte ohne Krieg. Hätten wir ja fast, vielleicht sogar fast erfahren, wenn dieses Attentat auf Bismarck funktioniert hätte. 1966 hat es ja aber nicht. Ja, ich glaube, er hat das auch so als Wink des Schicksals empfunden. Es wurde ja, ob des Drohnenkrieges tatsächlich versucht, ihn zu erschießen. Um eben diesen Krieg zu verhindern. Und ob allein diese wirtschaftliche Zusammenarbeit gereicht hätte, um das zu vereinen oder ob das so eine Never-Ending-EU-Story geworden wäre. So mit Brexit und so. Preußitz oder sowas. Ich weiß nicht. Preußitz? Ostreexit. Ja. Öxit wäre. Öxit hatten wir ja dann hier. Aber klingt griffig, ja. Ja. Exit. Aber die Überleitung passt schon. Was uns jetzt noch von der Reichsgründung trennt, sind drei Kriege. Und am Ende dieser drei Kriege gibt es einen Deutschland. Den ersten Krieg, den haben wir in der Folge 30 schon erwähnt, in der Schimmelreiter-Folge. Das ist nämlich der Deutsch-Dänische Krieg von 1864. Unter dem hatte Theodor Storm ja auch ordentlich zu leiden. Es ist ein bisschen kompliziert. Die Herzogtümer Schleswig und Heulstein, also das Herzogtum Schleswig und das Herzogtum Heulstein, die hatten seit dem Mittelalter eine total komplizierte Beziehung zueinander. Einerseits hatten die beiden Herzogtümer traditionell denselben Herzog. Okay. Und laut mittelalterlichen Urkunden waren diese Herzogtümer, ich zitiere, ob ewig ungedehlt. Oh, schön. Also die gehörten irgendwie zusammen, waren aber politisch gesehen eigenständige Länder mit eigenen Grenzen und eigener Politik. So, jetzt wird es noch komplizierter. Der Herzog, den diese beiden Länder hatten, das war der König von Dänemark. Also dieser Herzog von zwei deutschsprachigen Fürstentümern war ein Däne. Und in Schleswig und Heulstein wird noch komplizierter. Da lebte eine ganz wilde Mischung aus Leuten, die alle möglichen Sprachen und Kulturen hatten. Deutsch, Dänisch, Friesisch, Plattdeutsch, sonst was. Als jetzt diese ganze 1848 Nummer losging, da waren die komplett überfordert. Ja, gehören wir jetzt zum Deutschen Reich? Wollen wir da mitmachen? Sind wir denen? Hä? Keine Ahnung. So. Und das gab jede Menge Beef und dieser Beef hielt auch nach 1848 noch an. Die hatten quasi Dauerstress und fragten sich, zu wem sie überhaupt gehören. Und das hat irgendwie was von einer sehr historischen Seifenoper. Ja. Wer mit wem und warum und ach komm, lass doch mit dem und der ist für beide zuständig und doch zusammen und doch wieder auseinander. Ja genau, man darf uns nicht trennen, aber bitte, ich will eigentlich auch beim Reich mitmachen und du aber nicht. Und ja. Mach doch eine offene Beziehung draus, ist doch okay. Heirat immer gut. Heirat, ja, immer super. Oder einfach warten, bis sie überschwemmt ist, dann geht's doch. Oder so. Oder den Deich abreißen. Nicht mit Hauke heilen. Ja, 1863, 64 war es dann mal wieder soweit. Der dänische König wollte das ungedehlte Schleswig dann doch dählen und der wollte das Schleswig seinem Dänemark hinzufügen. Und das fanden die deutschsprachigen Fürsten gar nicht so cool, insbesondere Preußen. Und Preußen kam jetzt ins Parlament des Deutschen Bundes und schlug vor, dass sich da mal doch jemand kümmern müsste und da mal militärisch intervenieren. Also jemand, jemand, der sich mit Militär auskennt. Also könnte das nur sein. Wer könnte man denn da? Wer könnte das denn wohl machen? Fällt niemand ein. Militarismus in Deutschland zu der Zeit? Nein. Vielleicht Preußen selber? Ja. Gibt es da eine Beförderung für? Ja. Ja, Preußen hat unter Umständen sich selber damit gemeint. Aber Preußen wollte das nicht alleine machen. Hinterher wäre da noch jemand auf die Idee gekommen, dass Preußen sich dann irgendwas einmischt oder so. Also ne. Deshalb suchte Preußen einen Kriegspartner und fragte, Mindblow, Österreich. Hä? Hä? Okay. Genau, die beiden Streithähne. Ja, und Österreich war auch erst ein bisschen baff, aber dachte sich dann, ja, warum eigentlich nicht? Also Franz Josef I. dachte sich, ja, warum denn nicht? Weil Preußen und Österreich, naja, also wenn man es so sehen möchte, man kann das ja auch als Friedensgeste von Preußen gegenüber Österreich verstehen. So, hey Buddy, lass uns zusammen kämpfen. Hier, wir die beiden Stärksten. Wir zeigen jetzt im deutschsprachigen Raum hier, wie cool wir sind. Man kann das auch so verstehen. Ja, das ist immer wieder bei der Realpolitik übrigens, das ist immer wieder bei der Realpolitik. Dieses, okay, wir entwerfen ein realistisches Szenario zu unserem Nutzen und das hat auch immer was von, wie komme ich denn am besten zum nächsten Schritt? Also das ist ja eine Taktierung. So ekelhaft es ist, das muss man echt bewundern, was der Mann sich da ausgedacht hat. Also Otto jetzt. Der Otto Bismarck. Faszinierend. Spannend. Es ist spannend. Ja. Mhm. Ja, okay, ich bin schon still. Okay, ich bin schon still. Nein, aber es war ja gar keine blöde Idee, weil die beiden mächtigsten Fürstentümer, wenn die sich zusammentaten, um dann in dieser Schleswig-Holstein-Krise einzugreifen, dann war das eine sichere Nummer. So, dann konnten die gar nicht verlieren. Österreich stieg darauf ein. Preußen und Österreich kämpften jetzt also Seite an Seite. Die Uniformen der Soldaten, die bekamen einheitliche Armbinden. Die Generäle von Österreich und von Preußen, die setzten sich zusammen an einen Tisch und die sprachen sich ab. Was sind denn so eure erfolgreichsten Kriegstrategien? Was sind unsere? Wie viele Soldaten könnt ihr denn so mobilisieren? Wie viele können wir schicken? Das klingt gerade wie eine total skurrile Gruppenarbeit aus der Schule. Ja, ich habe auch gerade gedacht. Machst du mal eine Mindmap dazu? Ich präsentiere, ich präsentiere. Komm, ich schreibe, ich schreibe. Ich schreibe nur mit, ich schreibe nur mit. Wer schaut denn auf die Zeit? Aber da wachsen die beiden Armeen, der beiden Eifertierchen schon zusammen und 1864 schicken die zusammen über 50.000 Mann nach Schleswig und nach Holstein und machen da kurzen Prozess und das Ganze funktioniert. Natürlich hatte das Ganze aber ein ziemlich bitteres Nachspiel. Preußen setzte jetzt Schleswig unter preußische Verwaltung. Das haben sie ja immer mit besiegten Kriegsgegnern gemacht und dann haben sie sich ihre Kriegsausgaben dadurch Steuertricks und sowas wieder reingeholt. Natürlich ohne Österreich was davon abzugeben. Das fand Österreich nicht so witzig. Das war irgendwie nicht abgesprochen vorher. Und Bismarck ging jetzt so ein bisschen auf Konfrontationskurs. 1866 schlug der im Deutschen Bund vor, dass man doch mal ein gesamtdeutsches Parlament wählen könnte. Also mit allgemeinem Wahlrecht und so. So 1848 war es. Und da denkt man sich so, hä, Bismarck? Der Adelstyp? Allgemeine Wahlen, was ist mit dem los? Ja, das war ein Angriff auf Österreich. Die hatten im Deutschen Bund den Vorsitz, die stellten den Präsidenten und es waren inzwischen so viele Länder von Preußen abhängig, hätte man die alle einfach abstimmen lassen, dann hätte Preußen da gewonnen. Und Preußen hat sich in diesen Jahren um 1866 so viele Arschlochmus hintereinander geleistet, dass Österreich irgendwann völlig den Kaffee offen hat und im Deutschen Bund gefordert hat, dass die ganzen Länder, die da sitzen, jetzt mal zur Strafe militärisch gegen Preußen vorgehen müssten. Das geht so nicht. Ich sag ja, ey, guck dir die Geschichte an, also die Geschichte ist gegen, nee, das House of Cards ist ein Scheiß dagegen. Ja, Game of Thrones auch. Ja, Wahnsinn. Und das war ja jetzt ganz lustig, denn die preußischen Truppen waren schon vorbereitet, die marschierten direkt in Heustein ein und begannen dann mit 1866 den preußisch-österreichischen Krieg oder auch deutschen Krieg, wie man ihn nennt. Und ohne jetzt irgendwelche Verschwörungstheorien aufmachen zu wollen. Erstens, diesen Krieg hat Bismarck ganz bewusst provoziert. Ganz, ganz bewusst provoziert. Also der hat so lange gestichelt, bis Österreich irgendwann einfach nichts mehr anderes machen wollte. Und zweitens, warum hat er das gerade jetzt gemacht? Weil er sich sehr sicher war, dass Preußen Österreich besiegen konnte. Und warum war er sich da so sicher? Erinnert ihr euch noch an den Krieg gegen Schleswig und Holstein? Hm, Österreich, was sind denn so eure Kriegstrategien? Mhm, mhm. Und wie viele Leute könnt ihr so zurzeit mobilisieren? Oh, interessant, ja, ja. Oh, ihr habt gerade gar nicht so viele Soldaten, weil ihr Stress mit Ungarn habt? Oh. Und wie viele Geschütze habt ihr so zurzeit? Mhm. Ach, und der Nachschub ist auch zurzeit gar nicht so schnell, weil ihr Probleme mit eurem Eisenbahnnetz habt? Oh. Ja, das ist ja verrückt. Wir sind zurzeit ziemlich viel schneller. Ja, verrückt. Das war der Plan dahinter. Deswegen Österreich als Partner gegen Schleswig-Holstein. Ich sag ja, Brain, Wahnsinn. Bismarck war schon ein ziemliches Brain. Und das sieht man daran. Und genauso lief es auch. Preußen schlug das österreichische Heer noch 1866 im Juli in der großen Schlacht von König Gretz. Die deutsche Sprache klingt wie Musik. Die Schlacht von König Gretz. 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 Die erwähne ich auch nur, weil die in unserer Folge 17 schon mal vorkam, bei Effi Bries. Und daraus wurde nämlich ein ganz großer preußischer Feiertag, an dem dann die Tochter Anni geboren wird. Daher kam es mir bekannt vor. Und noch ein zweiter Funfact. In eben dieser Schlacht, da begann ein junger, aussichtsreicher Kadett seine Karriere. Ein junger Herr namens Paul von Hindenburg, der dann 33 als deutscher Reichspräsident mit vergreistem Restgehirn einen Vollarsch namens Adolf Hitler zum Reichskanzlei ernannte. Ja. Aber da sieht man, wie nah es schon dran ist eigentlich. Ja. Das ist Wahnsinn, ne? Kommt einem immer so ewig her vor, weil auch die, allein der technische Fortschritt, den wir dann haben zwischen den Kriegen, diesen drei Kriegen und dem Ersten Weltkrieg dann, und das sind ja nur ein paar Jahrzehnte, ne? Das ist schon Wahnsinn. Kann man nicht miteinander vergleichen. Gerade der Erste Weltkrieg, der anfängt mit Schlachtengemälde, wo jemand mit einem Degen zu Pferde da rein reitet und dann endet das mit Gasbomben und sonst was. Das ist also, ja, das ist unvorstellbar. Naja, aber mit diesem preußisch-österreichischen Krieg 1866 war der Streit zwischen Preußen und Österreich, dieser preußisch-österreichische Dualismus, der war damit beendet. Preußen riss sich Schleswig und Holstein unter den Nagel und machte sie zu einer preußischen Provinz namens Schleswig-Holstein und Österreich musste die Friedensbedingungen unterschreiben von Preußen, sich künftig aus der gesamtdeutschen Politik komplett herauszuhalten. Außerdem flog Österreich aus dem Deutschen Bund ganz raus und Bismarck gründete jetzt den Norddeutschen Bund mit Wilhelm I., also dem preußischen König als Präsidenten und mit einem einzigen Reichstag, mitgewählten Parlament und die ganzen norddeutschen Länder, also diese ganzen kleinen Fürstentübchen, die waren jetzt ein großer Bund, eine große neue Macht in der Mitte von Europa und da können wir ganz ehrlich sein, das hatte Preußen alles unter seiner Fruchtel. Also die norddeutsche Karte gehörte ab diesem Punkt Preußen und das fanden übrigens auch die Länder drumherum gar nicht so witzig. Ich glaube, ich weiß auch, welches Land das besonders überhaupt nicht witzig fand. Ja, ja, da haben wir nämlich schon fast den dritten Krieg. Der französische Kaiser, Napoleon der Dritte. Ganz wichtig zu betonen, nicht der, nicht der Original Napoleon, der ist tot. Genau, der Neffe von dem, Napoleon der Dritte, den beunruhigte das Ganze etwas, dass sich Preußen da so wild vor sich hin ausdehnte. Seit sein Onkel da vor 60 Jahren weite Teile des deutschsprachigen Raumes erobert hatte, seitdem gab es ja diese Erbfeindschaft mit Frankreich und so ein lustig vor sich hin wucherndes Preußen, da bekam Napoleon drei Stresspusteln. Was aber trotzdem total logisch ist, wenn du siehst, wie die Preußen halt im Regel vorgegangen sind, würde ich mir halt als andere Nation, die drumherum liegt, auch so Gedanken machen und sagen so, als Ernst, ich weiß das nicht. Och. Und es wird noch schlimmer. 1870 war nämlich der spanische Thron vakant. Die Spanier, die hatten ihre Königin Isabella II. abgesägt und jetzt brauchten die in Madrid einen neuen König. Jetzt wird spannend, Isabellas Kinder, die wollten die Spanier nicht haben. Deshalb war jetzt die Frage, welcher Adelige nachrücken darf. So, jetzt hatten sie eine lange Liste von Adeligen mit Kandidaten, die es sein könnten. Und alle waren miteinander verwandt, sag es doch, wie es ist. Richtig. Und weil diese ganzen europäischen Adelsgeschlechter alle so x-fach miteinander verwandt waren, stand auf der Liste unter anderem Fürst Leopold von Hohenzollern. Hohenzollern, also ein Mitglied der preußischen Königsfamilie. Dieser Genpool, ey. Ja, genau. Drei Chromosomen für alle. Die Verwandtschaft ist ein Kreis, echt. Der Stammbaum ist ein Kreis. Ja. So, und da bekam Napoleon III jetzt natürlich komplette Schnappatmung. Bismarck meinte sofort, ja, Leopold, absolut, ab auf den spanischen Thron. Und das war ja die Horrorvorstellung für Frankreich. Wenn Preußen sich jetzt auch noch Spanien geschnappt hätte, dann hätten die Frankreich ja völlig in der Zange gehabt. Also, das war Worst Case einfach nur. Der preußische König, Wilhelm I., der ordnete dann an, dass die Angelegenheit innerhalb der Familie geklärt wird, was man halt so am Frühstückstisch so diskutiert. Und der Leopold, also das ging eine ganze Weile hin und her, und der Leopold von Hohenzollern meinte dann, ja, nee, spanischer Thron, da müssen wir uns mal nicht ein. So, ne, haben ja genug eigene Baustellen. Und der liest dann auch verlautbar, nee, ich erhebe keinen Anspruch auf den spanischen Thron. So, Napoleon III. schickt dir jetzt erstmal direkt seinen Botschafter los. Einen Typen namens Graf Vicente de Benedetti. Sein Auftrag, so, hier, die erheben keinen Anspruch auf den spanischen Thron, das lässt du dir schriftlich geben. Du gehst jetzt sofort zum preußischen König und lässt dir das schriftlich geben, dass die keinen Anspruch auf den spanischen Thron erheben. Und zwar lässt du dir nicht nur schriftlich geben, dass sie keinen Anspruch erheben, sondern dass sie bis in alle Ewigkeit keinen Anspruch auf diesen Thron erheben. Das geht so nicht. Mein lieber Diplomat, schwing dich aufs Pferd, jetzt mal los. Der Wilhelm I., der ist gerade auf Kur, in einem Ort namens Bad Ems, heutiges Rheinland-Pfalz. Da besuchst du den jetzt mal und da holst du dir diese Unterschrift, sonst brauchst du gar nicht wiederkommen, sonst rollt hier dein Kopf. Also, ne, die Preußen unterschreiben bitte. Niemals spanischer Thron für uns. Hm, das ist schon ein bisschen so underestimated, so Ewigkeitsklausel. Vor allem Frankreich über den Spanischen. Ja, jetzt mal ganz ehrlich. Also, was geht die denn in Spanien? Ja, okay. Nein, aber, oh. Das ist Preußen. Da wäre ich auch sauer. Ganz ehrlich, da wäre ich jetzt, also man kann ja über die Preußen sagen, was man möchte, aber ich glaube, da wäre ich auch so ein bisschen pissed. Ja, wäre ich auch. Der Benedetti, der Diplomat, der stand jetzt aber ganz schön unter Druck. Der hatte jetzt vier oder fünf Tage in diesem Bad Ems, um sich Audienzen bei Wilhelm I. zu besorgen. Der war massiv genervt. Der hatte ja eigentlich Urlaub. Und außerdem. Ich bin hier gerade Kuh, lass mich ja noch um. Ja, sorry. Ich habe keinen Bock auf diplomatische Gespräche. Ey. Ich habe gerade gesagt, ich reiße mir Spanien nicht unter den Nagel. Kann mir doch mal jemand hier fünf Minuten Ruhe gönnen, oder? Ja, und ich habe auch gleich Pilates, was wir jetzt so überfordern. Für Wilhelm I. war die ganze Sache auch eigentlich erledigt. Ja, komm, der Leopold hat gesagt, der nimmt den Thron nicht, so hör auf mich zu nerven. Dem Benedetti, dem stand aber das Wasser bis zum Hals, der brauchte ja die scheiß Unterschrift, dass sie bis in alle Ewigkeit keinen Anspruch erheben. So, und der versuchte sich jetzt dauernd Audienzen bei Wilhelm I. zu holen. Und der war irgendwann so genervt, dass er einfach gesagt hat, boah, Leute, ihr gebt dem keinen Termin mehr. Der Typ, der ist voll lästig. Ich stelle mir das gerade so bildlich vor, wie Wilhelms in der Sauna sitzt und draußen klopfst und verzweifelt auf den Zoos. Ja, genau. Braucht er noch? Wie schön. Nur eine Unterschrift. Der König hat gesagt. Bitte. Und dem Benedetti, dem ging halt wirklich der Arsch auf Grundeis. Und am letzten Tag, als er dann noch in Bad Ems war, da hat er halt keine Audienz mehr gekriegt. Und dann ist er wirklich, während Wilhelm I. gerade auf einem Spaziergang war, ist er dann ganz kleinlaut dahin gegangen, wo der gerade war und hat nochmal gefragt, ob er bitte, bitte, bitte nochmal eine Audienz haben darf. Und Wilhelm I., der war total genervt. Der hat dann seinen Bodyguard dahin geschickt. Der hat dann von seinem Bodyguard ausrichten lassen, dass er ihm nichts mehr mitzuteilen habe. Boom. Mic Drop. Mic Drop. Völlig genervt telegrafierte Wilhelm I. des Abends an seinen Ministerpräsidenten, Otto von Bismarck. Ein ganz langer, ausführlicher Bericht, was da mit dem Benedetti vorgefallen war. Und Bismarck rieb sich die Hände. Der fand's geil. Der dachte sich, diesen Bericht, was da heute passiert ist mit dem Benedetti und dem Wilhelm, das drucken wir morgen mal in der Zeitung. Aber, aber in der Zeitung ist ja gar nicht so viel Platz, deswegen kürze ich das doch mal eben so ein bisschen, was da vorgefallen ist. Die sogenannte Emsa-Depesche. Bismarck kürzt also. Und was am nächsten Tag in der Zeitung steht. Gestern lauerte ein französischer Botschafter ohne Termin unserem König auf, um Forderungen zu stellen. Der König musste seinen Bodyguard vorschicken, um diesen Botschafter abwimmeln zu lassen. Ich stelle mir das so vor, wie so ein Franzose aus dem Busch rausgehüpft kommt. Ja. Oh Mann, ey. Ja, aber auch total krass, weil die Fake News, das sind totale Fake News, das war so überhaupt nicht passiert. Ich sag ja, Real-Macht-Politiker mit allen Registern. Das ist ein Negativbeispiel für alles, was so die nächsten Jahrhunderte passiert. Richtig arschig einfach nur. Und diese Nachricht, die schlug ein wie eine Bombe. Die Preußen, als sie morgens Zeitung gelesen haben, da schäumten die vor Wut. Was bildet sich dieser Franzose da überhaupt ein, hier unseren König im Urlaub zu überfallen und den da zu bedrängen und irgendwas? So hier, Frankreich, wir machen Krieg, so ungefähr. Und die Franzosen, die hatten ebenfalls den Kaffee offen. Wie kann Preußen es überhaupt wagen, irgendwelche Lügen über unseren Botschafter zu verbreiten? Das müssen die richtig stellen, sonst gibt es aufs Maul. Und das war eine total aufgeheizte Stimmung. Und Napoleon III, der hat dann einmal kurz angefragt, so hier Leute, das geht so nicht, stellt das richtig. Preußen hat darauf gar nicht reagiert. Und Napoleon III erklärte daraufhin Preußen den Krieg. Und was ist daran super praktisch? Preußen hat nicht angefangen. Richtig. Und das heißt? Die Preußen sind die Guten. Ja, richtig. Und das sehen alle anderen deutschen Gebiete auch. Die Preußen sind die Guten. Eigentlich finden wir die ja nicht so cool. Aber jetzt, wo es gegen Frankreich geht. Und dieser scheiß fucking Mechanismus. Wir haben einen äußeren Feind. Wir müssen uns nach innen einen. Das ist so platt und so plump. Aber es funktioniert halt jedes einzelne Mal. Immer. Total bescheuert. Aber ja. Ja. Und Bismarcks Plan. Also das ist jetzt wirklich keine Verschwörungstheorie. Das war genau Bismarcks Plan. Dahinter diese Provokation, um diesen Krieg vom Zaun zu brechen. So, dass es aussieht, als wäre er nicht schuld dran. Und man muss jetzt wirklich sagen, Frankreich war für Preußen der Endgegner. Die hatten sich jetzt zwei x-deutsche Fürstentümer unter den Nagel gerissen. Und die hatten auch Österreich da irgendwie rausgedrängt. Aber jetzt standen sie zum ersten Mal einer der fünf internationalen Großmächte gegenüber. Und das war der erste Krieg, bei dem man wirklich sagen muss, da konnte sich Preußen nicht sicher sein, dass sie den gewinnen können. Aber da zog genau das, was Caro gesagt hat. Bündnisfälle. Der Erbfeind Frankreich, der jetzt den Krieg von seiner Seite aus beginnt. Der Norddeutsche Bund, der sagt sofort, ja, alle unterstützen Preußen. Und die süddeutschen Staaten, Bayern, Baden, Württemberg, Hessen, die sind ebenfalls bereit, gegen den Erbfeind Frankreich in die Schlacht zu ziehen. Und die bauen ein Bündnis mit dem Norddeutschen Bund auf. Und dann haben wir fast schon unsere Deutschlandkarte komplett. 1870 geht es also heiß her. Napoleon III. kann gefangen genommen werden. Paris ist ganz lange nicht zu erobern, weil das so fett befestigt ist. Es gibt einen riesigen Krieg, der wirklich hin und her und hin und her wog die ganze Zeit. Und als es ganz heiß wird, da reitet Bismarck nicht nur von Front zu Front, sondern der sieht jetzt auch den politischen Moment für sich gekommen. Ähnlich wie damals gegen Napoleon I. kämpfen ja gerade lauter deutsche Fürstentümer Seite an Seite gemeinsam die Deutschen gegen einen gemeinsamen Feind. Die sind in totaler Nationaleuphorie und jetzt fließen von Preußen aus tausend geheime Bestechungsgelder in Millionenhöhe an den total verschuldeten bayerischen König Ludwig II. Der soll doch mal unter den süddeutschen Fürstentümern Werbung für die Wahl eines deutschen Kaisers machen. Darf ich kurz dazu erwähnen, was er mit diesem Geld gebaut hat? Sag's. Wie er es investiert hat, das Geld? Wart ja schon mal in Neuschwanstein. Ja, ich baue dir dein, ich finanziere dir dein Schlösschen und du machst Werbung für mich als, oder für Wilhelm als Kaiser der Deutschen. Das ist schon, ja. Der hatte vorher mit ungedeckten Krediten gebaut. Hat ihn auch nicht so besonders beliebt gemacht. Nein. Ja, aber damit war es refinanziert. Fünf Millionen Talerchen sind da geflossen. Ja. Krass. Und das Ganze ist von totalem Erfolg gekrönt. Am 18. Januar 1871 finden sich 40 Kilometer von der Kriegsfront entfernt. Man konnte aus dem Fenster das qualmende Paris sehen und ständig Schüsse hören. Da fanden sich die deutschen Fürsten, der komplette Hochadel aus Nord- und Süddeutschland, in Frankreich ein auf Schloss Versailles. Im Spiegelsaal des fetten Prunkschlosses, das Ludwig XIV. im 17. Jahrhundert gebaut hatte. Und in dieser fetten Kulisse krönten die Fürsten den preußischen König Wilhelm I. zum ersten deutschen Kaiser und gründeten damit das geeinte Deutsche Reich. Eine neue Großmacht auf der Europakarte und sie gründeten es von oben. Wir hatten uns am Anfang der Folge gefragt, warum 1848 so fett vor die Wand gefahren ist und warum 1871 die Reichsgründung auf einmal möglich war. Ganz einfach. Das war eine Reichsgründung des Hochadels. Bei dieser Krönungszeremonie war kein Bürgerlicher, kein Arbeiter, kein sonst wer anwesend. Das waren alles die höchsten blaublütigen Promis. Und natürlich gab es jetzt keine faire Verfassung, keine Gewaltenteilung, keine liberalen Grundrechte, keine Meinungs- und Pressefreiheit für die Bevölkerung oder sonst irgendwas. Also alles das, was den Revolutionären 1848 wichtig gewesen wäre, das gab es nicht. Aber es gab jetzt ein Deutschland und zwar ein absolutistisch regiertes Deutschland. Letztendlich war das dann übrigens die kleindeutsche Lösung. Österreich war raus und das Ganze stand unter der kompletten Fuchtel Preußens. Gibt noch so einen witzigen Aspekt, warum die deutschen Fürsten da überhaupt mitgespielt haben. Ich glaube, es ging bis zu kurz vor Schluss, müsste ich mal was gelesen haben, darum, wie denn der deutsche Kaiser eigentlich betitelt wird. Gab es bis zum Schluss Querelen, weil Kaiser von Deutschland oder Kaiser der Deutschen hätten die ganzen anderen Fürsten und Kleinkönige nicht akzeptiert. Und er wurde dann, glaube ich, spontan ausgerufen als einfach nur deutscher Kaiser, um da keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. So Wortklaubereien, wirklich Wahnsinn. Man muss auch sagen, Wilhelm I. war damit gar nicht so zufrieden. Also es sind Briefe erhalten, die er an seine Frau am Abend vorher noch geschrieben hat. Und da schreibt er wirklich drin, er hat darauf keinen Bock. Er weiß nicht, ob er das wirklich durchziehen soll morgen. Da erwähnt er nämlich auch, er weiß noch gar nicht, was überhaupt seine Anrede sein wird am Tag vorher. Und er sagt, er verflucht Bismarck tausendmal, dass er ihn in diese Situation gebracht hat und dass er da nicht rauskommt. Was man sich zum Schluss noch fragen kann, ist, war das ein großer Masterplan von Bismarck? Und ich glaube, das ist wirklich keine Verschwörungstheorie zu sagen, ja. Ja, definitiv, ja. Also er kündigt es in den 1860ern schon an, dass die Idee einer Reichsgründung nicht gestorben ist. Und selbst wenn wir dieses Zitat aus der letzten Folge ernst nehmen, also dieses Zitat von Friedrich Wilhelm IV., Preußen wird in Deutschland aufgehen. Damit war gemeint, Preußen reißt sich den Rest unter den Nagel. Mit diesem Versprechen war nicht gemeint, wir machen jetzt demokratisch mit, sondern damit war einfach gemeint, wir setzen da unsere Pickelhaube drauf. Joa, hat ja funktioniert, ne? Kurzfristig, langfristig, je nachdem wie man es halt sieht, ne? Ob es kurzfristig oder langfristig funktioniert hat. Und ich will jetzt nicht vorgreifen, weil wir wollten ja Reichsgründung und ein Ende, aber man sieht ja, was passiert dann vielleicht als Cliffhanger fürs nächste Mal. Oh, gerne. Was passiert, als Bismarck dann weg ist aus dem Amt. Als er dann weg ist, sieht man ja dann, ja, bei Machtwechsel, wie es weiterging. Und das verraten wir dann beim nächsten Mal. Man könnte dazu jetzt noch jede Menge sagen. Also ich habe mich entschlossen, bei 1871 erstmal Schluss zu machen, auch wenn der Realismus bis etwa 1890-isch geht. Aber ich denke mal, das reicht für eine Folge an Geschichte. Und in der nächsten Epochenfolge, das ist ja dann der Naturalismus, der befindet sich in einem ganz ähnlichen Zeitraum. Und dann reden wir nochmal ein bisschen über die neue Politik des geeinten Deutschlands, über Industrialisierung und auch über Kolonialismus. Aber ich denke mal, als Grundlage für die Epoche mag uns das erstmal genügen. Ja, danke euch. Ja, sehr informativ. Ich habe Caro so gerne an meiner Seite in diesem Geschichtspart. Ich habe gar nicht so viel gesagt, weil ich da bin ich gerade ehrlich gesagt so ein bisschen raus, Reichsgründung, schon länger nicht mehr gemacht. Schon länger kein Reich mehr gegründet, Caro, ne? Ja, schon länger kein Reich mehr gegründet, aber der Zeit ist ohne Witz. No fältschereich. Ich finde es nur immer so ein bisschen schwierig mit Otto von Bismarck. Ich sage ja, wenn ich das mache, meine SchülerInnen immer ja, in jeder Ecke gibt es einen Bismarckplatz, eine Bismarckstraße, ein Bismarckdenkmal überhaupt, wo ich dann immer, na klar hat er viel erreicht und Krankenversicherung und blibblablub. Aber das muss man alles so differenziert auch sehen. Ich finde immer, der Bismarck ist für die Deutschen das, was Napoleon für die Franzosen ist. Es wird oft ein bisschen zu unkritisch damit umgegangen, mit diesem Erbe. Der Typ ist auf jeden Fall eine Medaille mit zwei Seiten. Der hat viel geleistet, aber da steckt auch ziemlich viel hinter. Zu welchem Preis, ja. Ja, also ich weiß auch nicht, ob man diesen harten, unerbittlichen Antidemokraten so hart feiern muss manchmal. Ja, wobei man auch sagen muss, damals war Krieg ja ein legitimes politisches Mittel. So wie heute Verträge unterzeichnen, führen wir halt Krieg. Da hat sich ja auch keiner groß was bei gedacht. Es hätte es diese drei Kriege in kurzer Zeit ja auch nicht gegeben. Ja, schwierig. Aber ist ja auch gut, wenn man so heutzutage aus unserer Perspektive ein bisschen kritischer drüber nachdenkt und nicht nur sagt, yay, einiges Deutschland, hu hu, endlich. Das ist halt im Endeffekt die Absicht eigentlich dahinter zählt, ne? Ja, wir meinten es doch nur gut. Dass wir uns alles unter den Nagel gerissen haben. Ja, genau. Mehr davon nächstes Mal. So, jetzt haben wir ja ganz, ganz viel Geschichte. Aber was hat das jetzt eigentlich alles mit Realismus zu tun? Und was sind denn überhaupt die Merkmale dieses Realismus? Wir haben ja ein paar Notizen dazu gemacht. Nicht wirklich viele, weil ich mir dachte, wir bröseln das alle so selber ein bisschen zusammen, gucken, was uns so auffällt. Aber im Großen und Ganzen kann man erst mal sagen, wir haben ja diese Situation, dass die Revolution von unten in Deutschland gescheitert ist. Also, dass der Staat Deutschland sich nicht von unten her gebildet hat, sondern von oben her. Und wir immer noch die alte klassische Ständesituation haben, mehr oder weniger. Und das spiegelt sich, soweit ich mir das angelesen habe, zumindest auch im Realismus wieder. Und zwar wird keine große Kritik an dieser Situation genommen, sondern es wird eher das geschildert, wie die Welt nun mal ist. Und die ändert sich auch in der Literatur dieser Zeit nicht großartig. Gleichzeitig muss man sagen, dass Realismus nicht gleichzusetzen ist mit realem Leben. Also nicht das eine mit dem anderen so großartig zu tun. Es werden zwar versucht, zehn darzustellen, die man so wirklich in der Zeit finden kann. Und es wird versucht, das realistisch darzustellen. Es hat aber halt nichts damit zu tun, von wegen Guckema, Krieg, Zerstörung, Tod, Krankheit, auch alles ein Fall. Bin ich da richtig oder habt ihr noch was zu ergänzen? Vielleicht kann man ja, ich finde die Ergänzung poetischer und oder bürgerlicher Realismus beschreibt es deswegen ganz treffend. Bei bürgerlichem Realismus eher, wo kommt es denn her, die Strömung? Also wo findet sie statt? Also im Bürgertum eher. Und poetisch dann natürlich eben auch als Aufhebung dieses, was wir heute unter Realismus verstehen. Also nicht, wir geben die Welt eins zu eins wieder, wie sie ist, sondern wir verarbeiten die quasi in unserer Poesie und machen uns die so ein bisschen hübsch, die reale Welt. So habe ich das für mich immer ein bisschen einsortiert. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Ja, ich habe auch irgendwo gefunden, die Ästhetisierung des Alltäglichen. Ja, genau, das passt dazu. Passt wunderbar dazu, ja richtig. Klingt auch besser. Was man schön daran sehen kann, finde ich immer, ist der Unterschied zwischen den Epochen davor. Die Epochen davor haben meistens so eine Utopie, die dahinter steckt. Also die haben immer irgendein Ziel vor Augen, wo es mal hingehen soll. Also wenn wir uns zum Beispiel den Sturm und Drang vorstellen, da sollen die Menschen irgendwie Genies sein. Die Klassik, da soll der Mensch durch die Literatur erzogen werden oder sowas. Da ist immer irgendwie so ein Ziel, wo es hingehen soll. Und der Realismus, der beschreibt einfach den Ist-Zustand. Der versucht, das Charakteristische abzubilden, das Wahre. Auch die gesellschaftliche Realität, also so Arbeitermilieus und bürgerliche Milieus, die werden da beschrieben. Und das ist schon mal ein Unterschied, was ich manchmal in Deutschbüchern auch so schief dargestellt finde. Also du meintest eben schon, ja so Krankheit und Tod und so spielt keine Rolle und das ist alles so ästhetisch. In Deutschbüchern ist das dann manchmal so dargestellt, als wäre das so Beschönigungsliteratur. Also Literatur, wo keine Probleme vorkommen. Ich finde, das ist eher so eine Art Coping-Strategie, zu sagen, wie geht man denn mit dem Realen um, finde ich eher. Dieses Verarbeiten, nicht das Beschönigen an sich. Also wenn man zum Beispiel Effi Briest nimmt. Wollte ich gerade sagen. Da kommen ja Probleme vor. Also Effi, wie sie in ihrer Ehe leidet, wie sie da versucht auszubrechen. Wie sie auch krank wird. Ach Gott, ist das schön. Ja, wie sie von ihrer Familie verstoßen wird und sonst was. Aber ich glaube, der Unterschied ist, das liest sich trotzdem in weiten Teilen angenehm, weil ja dann dieses adelige Geplänkel und Tralala und Smalltalk immer dazwischen kommt über ganz lange Phasen und hier noch ein Ausritt und da nochmal die Landschaft. Also der Fokus liegt nicht auf den Problemen und die Probleme werden vom Erzähler nicht großartig kommentiert. Also dass es Effi scheiße geht, das ist offensichtlich, das ist auch ein Thema und dass es ihr scheiße geht, weil sie eine Frau ist. Das ist auch offensichtlich, aber das werde ich weiter kommentiert. Also Fontane schreibt da nicht rein. Ja, übrigens, das lag daran, dass die Frauenrolle in unserer Zeit ziemlich kacke ist. Denkt mal drüber nach. Sondern das wird einfach hingestellt als Problem und die Lösungen müssen sich die Leute selber ausdenken. Also gerade in Effi Bries finde ich das so mega offensichtlich. Immer wenn das Thema so einigermaßen in die Richtung geht, woran könnte es denn liegen, dass es Effi so scheiße geht? Dann kommt immer Bries daher, ja, das ist ein weites Feld. Und das ist immer so die rote Alarmlampe. Ja, Leute, hier ist das Problem. Hier ist das Problem. Hint, hint, hint. Zaunfall. Aber ich kommentiere das jetzt nicht weiter. Ich bringe da nicht meine Meinung ein und sage euch, was ihr zu tun habt, sondern denkt doch einfach mal drüber nach. Da muss sich jeder selber ein Bild von machen. Da muss sich jeder selber eine Meinung zu bilden, ob Effi auch ein bisschen Probleme hat. Aber tatsächlich hatte ich mir das auch noch angelesen, ist halt auch noch so ein Punkt, was im Realismus anscheinend passiert sein soll, im poetischen Realismus, dass halt eine gewisse Emanzipierung der Frauengestalten passiert. Also sie sind nicht nur einfaches, schönes Beiwerk, sondern sie sind tatsächlich real agierende Wesen, sage ich mal. Zum Beispiel, Frauen haben auch Probleme. Genau. Die sind nicht einfach nur da und häkeln halt schön irgendwie und streicheln Möpse oder sonst sowas, sondern die haben tatsächlich auch den Anspruch, charakterisiert zu werden. Die streicheln Möpse. Skandal. Wir entwickeln uns von den Peniswitzen offenbar weiter, ja. Okay. Ja. Yes, endlich. Wir müssen auch mal ein bisschen Abwechslung hier reinbringen, wir können ja nicht ewig auf einem Punkt stehen bleiben. Ich würde sagen, die Realität besteht nicht nur aus Penis. Entschuldigung. Ja, tatsächlich. Es gibt auch Möpse. Es gibt auch noch andere Dinge. Schön. Haben wir, dass die Merkmale des Realismus damit genug abgegrast oder meint ihr, wir müssen noch ein bisschen drauf bleiben? Ja, und ich befürchte, das Einzige, was bei den Hörenden hängen bleibt, sind Möpse. Was auch noch wichtig für die Epoche ist, wir haben es in Ephibriest gehört, es ist die große Epoche der Erzähltexte, der langen, langen, langen Erzähltexte mit den langen, langen ausführlichen Beschreibungen der Hühnerstelle und der Kapelle, die irgendwie nie wieder vorkommt. Es wird sehr, sehr, sehr detailliert beschrieben, bis man das Wahre und das Richtige und Wirklichkeitstreue dann auch genug beschrieben hat. Und es wird sehr ausführlich ins Detail gegangen, was diese ganzen Sachen angeht. Ephibriest-Folge hören. Ja, und das ist so das Zeitalter der dicken Romane mit auktorialen Erzählern. Nehme ich das jetzt ganz geschickt als Überleitung und wir begeben uns in das verranzte Schlösslein. Pauls verranztes Schlösslein. Schön. Genau, wir begeben uns jetzt in das verranzte Schlösslein. Es ist nämlich das ausgehende 19. Und während andersorts Romane über geniale Detektive und deren militärärztliche Assistenten die Runde machen, schreibt Theodor Fontane in Berlin ein Roman über eine bürgerliche, die mit einem Adligen anbandelt. Halt, könnte man jetzt denken. Kapelle und Liebe spielt doch nicht um 1875, sondern man ganz anders. Und das wurde auch nicht von Theodor Fontane geschrieben. Und hier kann ich nur sagen, richtig, denn wir sprechen jetzt mal kurz über Irrungen, Wirrungen. Bane of my existence. Oder wie es heute heißen würde, hä? Der Stefan jammert schon ein bisschen rum. Bisschen? What the fuck? Und wir wollen das Ganze auch nicht zu breit drehen. Ganz wichtig ist erstmal, das Ding wird 1887 in der Forschischen Zeitung erst veröffentlicht und erscheint schon ein Jahr später als Buch tatsächlich, wird das dann herausgegeben. Und die ganze Sache, die ganze Geschichte spielt um den Tiergarten hier in Berlin herum. Hier in Berlin. Behandelt wird im Großen und Ganzen die Beziehung zwischen Lene, Magdalene, die ist bürgerlich und eine Näherin, und Baron Boto von Rienäcker. Der ist sozusagen der Adlige hier in der Situation, deswegen auch meine Anspielung von wegen Kaval und Liebe. Die Beziehung der beiden ist allerdings von vornherein zum Scheitern verurteilt, einfach wegen diesem Standesunterschied. Die beiden können nicht zusammen sein, die dürfen nicht zusammen sein, also sollen sie auch nicht zusammen sein. Der Boto macht sich zwar hier und da noch so ein bisschen Hoffnung, weil der mag die Lene wirklich gerne. Die gute Lene ist aber emanzipiert tatsächlich und sieht das Ganze realistisch und sagt sich einfach nur, ich genieße das Ganze mal, solange es halt andauert. YOLO. YOLO. Genau, das ist Lene macht YOLO, ich bin nur Näherin, was interessiert es mich? Ja, sie hat keinen Ruf zu verlieren. Um nochmal den Seitenhieb auf den Adel zu machen und Beziehungen unter dem Adel, der Boto muss nämlich schon ganz bald aus finanziellen Nöten seine Cousine heiraten. Der ist nämlich pleite und da ist es halt immer eine gute Option, die reiche Cousine heiraten. Da bleibt nicht nur das Vermögen, sondern das Erbgut auch in einer Familie, das ist ganz wichtig. Toll. Das mit der Cousine, wir merken uns das mal für später, ja? Danke. Die große Folge des Cousinen heiratens. Ja, ich habe da auch noch was zu weitermachen. Oh Gott, das war falsch mit den Leuten. Ja, keine Ahnung, strange. Die gute Lene als Bürgerlicher heiratet natürlich keinen Cousin, sondern nach einigem Hin und Her einen bürgerlichen Fabrikanten. Und das Ganze endet dann auf einer etwas melancholischen Note, jedoch ohne Tote, muss man sagen. Reimt sich sogar. Ja, und was sich reimt, ist gut, wissen wir ja von Bumuckl. Ich möchte nochmal hervorheben, wie mich das in der Oberstufe traumatisiert hat. Man ist mit Filmen mit Happy End und sonst was aufgewachsen und dann liest man dieses Werk aus dem 19. Jahrhundert. Oh, voll die Liebesgeschichte, Boto und Nene, egal was die Stände sagen, wir gehören voll zusammen, wir wehren uns gegen alle, wir sind voll toll, wir lieben uns total. Und dann Botos Mutter so, ja, wir haben kein Geld mehr, heirate mal deine Cousine. Und so, okay, Ende. Das ist so was zur Hölle. Und das soll ein Happy End sein, verdammt. Ja. Ja, und dann sind beide verheiratet mit irgendwem anders, Happy End. What? Schön. Realismus. Realismus, genau, wollte ich auch gerade sagen. Der Spannungsbogen ist für die Katz und ich fand es als Schüler ziemlich kacke. Ja, und unsere SchülerInnen beschweren sich immer bei allem, was sie lesen. Ey, ist ja voll unrealistisch, das kann ja so gar nicht sein. Und wenn es dann mal nicht, also wenn es dann mal realistisch ist, dann motzen sie auch wieder. Ich habe gemotzt ohne Ende, ich motzt bis heute. Ich bin noch nicht fertig mit motzen. Aber da kannst du dann halt, bei dem der kannst du dann halt auch gleich einfach sagen, aber guck doch mal, hier heiraten zwei Adeliche, die sind verwandt miteinander. Wie realistisch willst du es noch? Korrekt. Korrekt. Ach ja, ich freue mich schon auf unsere Folge dazu. Und als Einstieg in den Realismus hören wir uns jetzt einfach mal den Anfang von dem Ganzen an. Wenn es sein muss. An dem Schnittpunkte von Kurfürstendamm und Kurfürstenstraße, schräg gegenüber dem Zoologischen, befand sich in der Mitte der 70er Jahre noch eine große, fälteinwärts sich erstreckende Gärtnerei, deren kleines, dreifenstriges, in einem Vorgärtchen um etwa 100 Schritte zurückgelegenes Wohnhaus trotz aller Kleinheit und Zurückgezogenheit von der vorübergehenden Straße her sehr wohl erkannt werden konnte. Was aber sonst noch zu dem Gesamtgewiese der Gärtnerei gehörte? Ja, die recht eigentliche Hauptsache derselben ausmachte, war durch eben dies kleine Wohnhaus wie durch eine Kulisse versteckt. Und nur ein rot und grün gestrichenes Holztürmchen mit einem halb weggebrochenen Zifferblatt unter der Turmspitze, von Uhr selbst keine Rede, ließ vermuten, dass hinter dieser Kulisse noch etwas anderes verborgen sein müsse, welche Vermutung denn auch in einer von Zeit zu Zeit aufsteigenden, das Türmchen umschwärmenden Taubenschar und mehr noch in einem gelegentlichen Hundegebluff ihre Bestätigung fand. Wo dieser Hund eigentlich steckte, das entzog sich freilich der Wahrnehmung. Trotzdem die hart an die linke Ecke gelegene, von früh bis spät aufstehende Haustür einen Blick auf ein Stückchen Hofraum gestattete. Überhaupt schien sich nichts mit Absicht verbergen zu wollen. Und doch musste jeder, der zu Beginn unserer Erzählung des Weges kam, sich an den Anblick des dreifenstrigen Häuschens und einige im Vorgarten stehenden Obstbäume genügen lassen. Es war die Woche nach Pfingsten, die Zeit der langen Tage, deren blendendes Licht mitunter kein Ende nehmen wollte. Heute aber stand die Sonne schon hinter dem Wilhelmsdorfer Kirchturm und statt der Strahlen, die sie den ganzen Tag über herabgeschickt hatte, lagen bereits abendliche Schatten in dem Vorgarten, dessen halb märchenhafte Stille nur noch von der Stille, des von der alten Frau Nimtsch und ihrer Pflegetochter Lene mietweise bewohnten Häuschens übertroffen wurde. Frau Nimtsch selber aber saß wie gewöhnlich an dem großen, kaum Fuß hohen Herd ihres die ganze Hausfront einnehmenden Vorderzimmers und sah, hockend und vorgebeugt, auf einen rußigen alten Teekessel, dessen Deckel, trotzdem der Frasenau vorne aus der Tülle quoll, ständig hin- und herklapperte. Dabei hielt die Alte beide Hände gegen die Glut und war so versunken in ihre Betrachtungen und Träumereien, dass sie nicht hörte, wie die nach dem Flur hinausführende Tür aufging und eine robuste Frauenperson ziemlich geräuschvoll eintrat. Erst als diese Letztere sich geräuspert und ihre Freundin und Nachbarin, eben unsere Frau Nimtsch, mit einer gewissen Herzlichkeit beim Namen genannt hatte, wandte sich diese nach rückwärts und sagte nun auch ihrerseits freundlich und mit einem Anflug von Schelmerei, Diese so freundlich, als Frau Dörr begrüßte, war nicht bloß eine robuste, sondern vor allem auch eine sehr stattlich aussehende Frau, die, neben dem Eindruck des Gütigen und Zuverlässigen, zugleich den einer besonderen Beschränktheit machte. Die Nimtsch indessen nahm sich nicht keinen Anstoß daran und wiederholte nur, Ja, sein Kegelabend. Aber was ich sagen wollte, liebe Frau Dörr, mit Dörren seinen Hut, das geht nicht mehr. Der ist ja schon fuchsblank und eigentlich schimpfierlich. Sie müssen ihn ihm wegnehmen und einen anderen hinstellen, vielleicht merkt das nicht. Und nur rücken Sie ran, liebe Frau Dörr. Oder lieber da drüben auf die Hutsche. Lene, na Sie wissen ja, ist ausgeflogen und hat mich mal wieder in den Stich gelassen. Er war wohl hier? Freilich war er. Und beide sind nur ein bisschen auf Wilmersdorf zu. Den gebe ich lang, da kommt keiner. Aber jeden Augenblick können Sie wieder hier sein. Na, da will er doch lieber gehen. Oh, nicht doch, liebe Frau Dörr. Er bleibt ja nicht. Und wenn er auch bliebe, Sie wissen ja, der ist nicht so. Und auf der anderen Seite. Und wir sind ein bisschen auf Wilmersdorf. Und das ist ein bisschen auf Wilmersdorf. Und das ist ein bisschen auf Wilmersdorf. Er ist aber mal gut. Auf mit der Motzerei. Nein. Hast du etwas gegen den grün gestrichelten Holzturm? Hast du daran was auszusetzen? Jetzt bitte. Ja. Ich habe an allem was auszusetzen. Ich habe auf jeden Fall viele neue Wörter gelernt. Ich finde es total toll. Schimpfierlich. Hervorragend. Schimpfierlich. Schimpfierlich ist super. Gefällt mir. Die beschränkte Nachbarin, ich finde es voll gut. In ihrer Beschränktheit. Tatsächlich auch, hatte ich noch nachgelesen, ist auch ein Zeichen des Realismus. Alles ist so mit einem gewissen Spott auch versehen. Also das ist halt schon so mal, so ein Seitenhieb wird mitgegeben, ein bisschen Ironie kommt immer mit. Auch das mag ich an diesem Stück nicht, weil er dieses Arbeitermilieu beschreibt und er beschreibt die beiden Frauen abschätzig und frauenfeindlich. Also nicht irgendwie liebevoll charakterisiert oder so, sondern von oben herab. Auch das mag ich daran nicht übrigens. Ja, ich lese das immer so, natürlich mit wie Paul sagte, mit so einer bestimmten Ironie dahinter, wo einen schon schmunzeln lässt. Ich meine, ich bin mit meinem Thema, was dann später kommt, still, was das angeht, weil mehr geht nicht. Aber ja, gut, da hast du natürlich recht. Das stimmt schon. Ich habe hier in meinem Deutschbuch eine Abbildung von Fontane in seinem Arbeitszimmer direkt daneben und das ist wirklich alter weißer Mann mit Bart beschreibt. Hier die beiden doofen Wäscherinnen, die da sitzen. Hier guck mal, lästerliche Frauen, Frauenzimmer ein bisschen beschränkt, ne? Ja, da hat man auch schön den Unterschied zwischen Naturalismus und Realismus, ne? Das ist, dass die unteren Schichten zwar vorkommen, aber sie kommen halt im Realismus nicht besonders gut weg. Ja. Und dann geht's ja los wie in Effie Briest erstmal mit der elendig langen, detailschwangeren Beschreibung der Umgebung, die ich im Deutsch-LK analysieren musste, bis zum geht nicht mehr. Auch in unserem Deutschbuch ist übrigens vorgeschlagen, dass man aus der Beschreibung, aus diesen ganzen Millionen Details eine Karte malt, was ohne weiteres möglich ist. Ich habe es im Deutsch-LK gemacht. Oha. Warum? Frag mich nicht. Aber das ist ja halt auch einfach, wie ich mir das zumindest angelesen habe, tatsächlich ein Merkmal dieses Realismus, ne? Dass du halt diese ausführlichen Beschreibungen hast, dass du dir halt irgendwo verbildlichen kannst, wie sieht es da aus, was sind die Merkmale dieser Szenerie? Dass da jeder Strauch beschrieben wurde, was, wie heißt der, was ist das für eine Art? Ja. Ja. Und du kannst halt, wenn du die Karte gemalt hast, kannst du es original auf eine Berlin-Karte legen, also eine historische Berlin-Karte und du weißt dann wirklich, wo dieses Haus ist. Okay. Google Street View quasi. Ja. Ende des 19. Jahrhunderts, da war das so. Fontana hat's erfunden. Ich finde aber auch schön, da kann man wunderbar auch erklären, den Unterschied zwischen realer Darstellung und poetischem Realismus, wenn man sagt, so okay, die Zeit der langen Tage, deren blendendes Licht mitunter kein Ende nehmen wollte. Man einfach sagt, da war Sommer, die Tage waren lang. Ja. Es ist doch schön. Ja, poetisch. Ja, ich finde, es hat schon was. Ja. Also sprachlich gibt es einiges her, um eine Lanze zu brechen. Für mich tatsächlich auch, wenn Stefan sich ein bisschen beschwert über das, wie die Frauen beschrieben sind und das bisschen, was wir jetzt gehört haben. Ich finde trotzdem, dass das sind sehr charakterstarke Frauen, also sehr, sehr stark charakterisierte Frauen, wo man sagt, die haben auch an sich so ein bisschen Humor und ich zumindestens habe echt so gedacht so, nee, das kommt schon ziemlich nah ran, wie ich mir halt auch hier in Berlin, wenn ich so zwei altere Frauen sehe, die miteinander quatschen. Ja. In ihrer besonderen Beschränktheit. Und da hatte ich genau solche Frauen, die halt wirklich so groß und kräftig waren, die haben mich teilweise unter den Arm genommen und sind mit mir dann spazieren gegangen, so nach dem Motto. Und die hatten halt auch immer so einen gewissen, gewissen Ton drauf. Die waren halt immer so, ja, hier kannst du so und kannst du bitte. Also das kommt schon gut hin und du hast eine sehr, sehr bildliche Darstellung der Charaktere und ich finde, dass das gar nicht so schlecht gemacht. Ja, das Wahre und das Charakteristische. Ja. Die beiden sprechen natürlich auch im Dialekt und machen Grammatikfehler ohne Ende, also da wird ein Milieu schon dargestellt, so, dass es möglichst realistisch, haha, die Zeit abbildet irgendwie. Also da soll schon die Welt dargestellt werden, wie sie ist, auch dann mit solchen Mitteln wie Dialekt und Bildungsniveau der Figuren und sowas. Hätte es in der Klassik ja auch nicht gegeben. Genau. Nee. Was da natürlich noch eine Sache ist, wie bei Effie Priest, ist das natürlich alles mega symbolisch aufgeladen. Also da geht es ja um diese Plättnerei, die sind ja irgendwie so Bügelfrauen, also so arme Arbeiterinnen, die Wäsche machen und wenn man sich dieses Häuslein da vorsteht, das in einer Hintergasse, einer Hintergasse, einer Hintergasse ist, wenn man davon dann die Karte zeichnet, dann ist das wirklich, man sieht es nicht, weil es so hinter 30 Kulissen verborgen ist, hinter schöneren Häusern, aber die nennen das ihr Schloss. Also das ist irgendwie so ein Schutzort für die und es hat ja auch einen Turm, also einen total eingefallenen, verransten alten Kirchturm, wo nicht mal meine Uhr dranhängt, aber es ist ihr Schloss. My home is my castle. Genau. Und jetzt kannst du wieder mit den gestellten Deutschlehrer Interpretationen herkommen. Das ist ein Schloss, das aber auch total verranzt aussieht und deutet das nicht schon die Beziehung von Boto und Lene an? Lene, eine einfache, arme Arbeiterin, die aber in Richtung Schloss strebt mit ihrem adeligen Freund und der Freund, der auf einem großen Schloss wohnt und wirtschaftet der sich nicht gerade runter und so und dann kannst du drei Deutschstunden damit gestalten, wo alle Leute die Lösung aus dem Internet vorlesen und alle kotzen im Strahl. Hat das Schloss blaue Vorhänge? Ja, was bedeutet das blau? Erklär es uns. Steht da irgendwo noch eine Plantane am Rand. Ach Gott. Ja, das ist ja wieder dieses Tod interpretieren. Muss ja nicht sein. Muss ja nicht sein. Und es ist wieder so andeutungsreich, also gerade das, was Paul eben meinte, Lene meint ja nur, ja, dann spielst du so ein bisschen mit dem Adeligen rum und guckt so lange, wie es geht. Das sagt Frau Nimsch, ihre Stiefmutter ja auch schon. Und nicht doch, liebe Frau Dörr, er bleibt ja nicht. Also Boto bleibt ja nicht längerfristig. Und wenn er auch bliebe, sie wissen ja, der ist nicht so. Der ist schon okay, auch wenn er adelig ist, aber wir gewöhnen uns besser nicht an ihn. So, ne? Es wird nicht der Letzte sein. Die Lene, die hat was auf dem Kerbholz, sage ich dir. Es gibt tatsächlich eine Sexszene. Echt? Es gibt so eine Szene, die ist so ein bisschen wie in Titanic, also die Kutschenszene. Die fahren über das Wochenende zusammen auf Ferien, Lene und Boto, und dann setzen sie sich zusammen, ich weiß gar nicht mehr wohin, und dann bricht das Kapitel ab in der Mitte. Und dann geht das nächste Kapitel weiter, am Ende des Wochenendes fuhren sie dann so, und das war ein so großer Skandal, dass da ganz viele Leute böse Leserbriefe an die Fosche Zeitung geschrieben haben, oh mein Gott, was für ein Schmuddelkram, völliger Skandal, ekelhaft, Pornografie, weil man sicher denken kann, was da passiert ist, ja. Oh, wie super ist das denn? Moment, was in deinem Kopf passiert? Dafür bin ich, dafür bin ich nicht wach. Wie können sie es wagen, mir solche schmuddelkramen Gedanken zur Verfügung zu stellen? Widerlich, widerlich. Oh, wie lustig. Auch deswegen sollte man das heutigen Schüler nicht zu lesen geben, das ist ja abartig, was da zu lesen ist. Pornografie, das geht gar nicht. Völlig versaut, sowas Schlimmes haben die noch nie gelesen. Weißt du, spinnst du, weißt du eigentlich, was da alles nicht drin steht? Es kann auch noch kein Kind anzulesen geben, was da nicht steht. Literarische Leerstellen, da wird man ja rot sein. Aber wie piept man das denn dann? Hier piepen vorstellen. Wahrscheinlich checken die das gar nicht. Ja, gut. Also ich habe es nicht gecheckt damals. Ja, also ich hätte es wahrscheinlich auch nicht gecheckt. Ja. Wie, die hatten Sex, wo steht das denn? Auch sonst ist dieses Buch leider sehr, sehr realistisch. Also, keine Ahnung, gefühlt 80 Prozent dieses Buches bestehen daraus, dass Boto irgendwelche Probleme mit sich hat und mit seinem Onkel irgendwo hin ausreitet und dass sie dann sehr lange über die Landschaft reden müssen. Also, Effie Bries Teil 2. Ich muss gerade sagen, das kennen wir ja auch von Theodor Fontane schon aus anderen Werken. Daher. Ja, ich hatte das total verdrängt. Bei Effie Bries, diese Langatmigkeit. Weil ich wusste wirklich nur noch, dass ich es echt cool fand. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich es verdrängen musste. Ich kann mich einfach nicht erinnern. Ich weiß, dass wir Effie Bries gelesen haben, aber nee. Ich kann jetzt nicht sagen, zum Glück haben wir es nicht gelesen, weil ich da für Irrungen-Wirrungen hatte. Falls wir die Frage spontan beantworten würden, das würde ich niemals im Unterricht lesen, außer ich hasse meine Schüler und mich selbst. Schön. Ich dachte, wir machen darüber noch eine Folge. Irgendwann. Hättest du da nicht Lust drauf? Muss ich in jeder Folge eigentlich anwesend sein? Ja. Wie schneidest du das Ganze? Natürlich. Ich habe dann auch keine Zeit. Da bist du gerade verreist. Also ich verstehe. Aber dann machst du uns dann schönen Reisebericht drüber, so ausführlich, wo es hingeht, wie die Szenerie aussieht und was du so für Leute triffst. Von all deinen Ausritten. Dabei deute ich dann sehr subtil durch tausend Ding-Symbole an, was noch in meinem weiteren Leben passieren wird. Aber dabei kommentiere ich nichts und ordne es nicht ein. Das heißt, Leute heiraten dann irgendwen anders, aber ich äußere meine Meinung nicht dazu. Das muss sich auch jeder selbst denken. Betreutes Lesen. Alles andere wäre ja betreutes Lesen. Du musst ein bisschen mehr Eigenverantwortung übernehmen, Stefan. Das geht so nicht. Man kann doch nicht immer alles. Mensch. Furchtbar. Sehr schön. Können wir bitte diesen Part beenden? Du hast das wunderschön gemacht, Paul. Ja, aber ich. Ich habe ja versucht, den schon kurzzeiten. Ich wollte schon zwei, drei Mal. Danke, danke. Stefan stirbt hier gerade. Oh Gott. Oh, wir haben es nicht. So, kurzer Cut. Und nun von den beiden besonders beschränkten Berlinerinnen rüber zu Autogrammkarten einer Uhrmacherin. Tada! Das wäre dann mein Part. Genau. Genau. Also, immer wenn wir eine Epochenfolge machen, dann habe ich ja immer so das Bedürfnis, mal zu schauen, was es da für Autorinnen gab. So, auch diesmal. Yeah. Yeah. Und ich bin immer ein super und ich bin immer ein super großer Fan, wenn Julia Autorinnen Parts macht. Love it. Bin immer noch bei Annettes Seance. Ja, und Bettina von Arnim, der kleine Kobold. die mit der Riesenliebe für Goethe. Das fand ich auch sehr, sehr schön. Ja, und das Geologenhämmerchen verfolgt mich auch. Oh ja, schön. Ja, das Geologenhämmerchen. Ja, und diesmal bin ich auf Marie von Ebner-Eschenbach gestoßen. Ich hatte so ein Bild auch schon vor Augen. Und wenn ihr, liebe ZuhörerInnen, sie mal googeln wollt, man findet dann immer so eine gesetzte, ältere Dame, die sehr weise aussieht. An diesem Image hat sie auch lange gefeilt. Aber dazu später. Fangen wir mal vorne an. Und zwar kam sie am 13. September 1830 als Marie Dupski von Trebomislitze. Ja, ich habe geübt. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber ich weiß, dass dieser komische Haken über dem R, das man ausspricht im Tschechischen. Ein Hatschek. Wie Dvorschak. Warum ist Fandi gerade nicht da? Der kann doch Tschechisch. Kann der Tschechisch? Der kann Tschechisch. Ach, wie cool. Fandi kann alles. Fandi kann alles. Und Paul und ich, wir waren ja in Prag mal zusammen in Urlaub. Da habe ich mir die Lauttabelle des Tschechischen angeguckt. Ich habe einige Laute gesehen. Die waren da beschrieben, wie man die ausspricht. Ich hatte Angst, dass ich mir was zerre dabei. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich war auch mal in Prag. Und daher weiß ich halt, dass man dieses, dass man ihn halt nicht Dvorak, sondern Dvorschak ausspricht. Und in diesem Geburtsort, also Marie Dupski von Trebomislitze, ist halt auch so ein R drin. Ja, so hieß sie ursprünglich. 13. September 1830, wie gesagt, sie starb am 12. März 1916 in Wien. Kurz nach ihrer Geburt starb schon ihre Mutter. Ihr Vater heiratet dann nochmal. Ihre Stiefmutter, die erste Stiefmutter, starb auch recht früh, als sie sieben war. Die zweite blieb dann länger, zum Glück. Es war auch so die erste, die Maries Talent förderte. Sie nahm sie so mit auf irgendwelche Lesungen und auch mit ins Burgtheater in Wien und so weiter. Und die schickte auch schon recht früh, als Marie von Ebner-Eschenebach 17 war, Textproben, Arbeitsproben an Franz Grillparzer, der ihr auch unverkennbare Spuren von Talent bescheinigte. Also es wurde schon früh echt klar, da steckt was hinter. Ich wollte gerade unverkennbare Spuren von Talent. Ist das ein Zitat? Spuren. Ja, das war ein Zitat. Kann Spuren von Talent enthalten. Auch Frauen können Spuren von Talent enthalten. Obacht. Herrlich. Genau. Ich habe hier Merch-Ideen, dacht, es könnte man ein T-Shirt machen. Spuren von Talent enthalten. Ich will es. Fände ich gut. Ja. Sie ist mit Tschechisch als Muttersprache aufgewachsen. Ich sage nur Tschebo-Müslitze. Lernte aber auch Französisch und durch ihre Zeit in Wien natürlich auch Deutsch. Ich habe ja gerade schon darauf hingewiesen, dass diese Bilder, die man immer von Marie von Ebner-Eschenebach im Hinterkopf hat, falls man schon mal von ihr gehört hat vorher, das ist halt diese gesetzte, matronenhafte, ältere Dame. Ich habe vor der Angst, vor diesem Bild habe ich voll Angst. Ja, die guckt so grimmig, ne? Die guckt so gastig. Ja. Diese böse alte Frau. Ey, wer hängt sich so weit? Ganz ehrlich. Ja, aber die war eigentlich echt eine coole Sau, finde ich. Also die war vor allem auch in ihrer Jugend ziemlich widerborstig und frech. Die war sehr sportlich und konnte auch Kutschen fahren. Die konnte schießen, hat Zigarren geraucht, Karten gespielt. Also war so eigentlich, glaube ich, ganz cool. Klingt zumindest so. Ja. Klingt cool. Trugst du auch Hosen? Nee, ich glaube nicht. Also das habe ich nicht gelesen, ich glaube nur nicht. Das war ja nicht Lola Monk. Es gibt Grenzen, die dürfen nicht überschritten werden. Ja, also Hosen geht nicht. Nee. Hosen geht nicht. Entschuldigung. Schießen ist okay. Das ist so was voll US-Amerikanisches. Schießen, Zigarren rauchen. Hosen, nein. Aber Hosen, no way. Gut. Das ist in den Südstaaten heute noch so. Herrlich. Naja, mit 14 verliebte sie sich in ihren Cousin. Da sind wir wieder. Ich sehe da ein Wuster. In ihren 15 Jahre älteren Cousin Moritz von Ebner-Eschenbach, den sie dann auch heiratete, als sie 18 war. Grund. Auch so ein Südstaaten-Ding wieder. Ja, keine Ahnung. Nee, die fand den echt gut. Zumindest mit 14 noch. Und mit 18 auch noch. Irgendwann wurde es so ein bisschen, naja, sie hatte dann auch mal irgendwann eine Affäre, aber die Ehe hielt. Joy, joy, joy. Er war auch erst echt ein großer Förderer, weil damals war es ja schon so, Frauen sollten durchaus ein bisschen Bildung haben, aber nicht zu viel. Nö, so. Annette von Droste-Hülshoff, Vibes, ja. Richtig, genau. Der alte Moritz, wie gesagt, 15 Jahre älter als sie, versuchte dann schon so am Anfang ihre Bildungsdefizite ein bisschen auszugleichen und war schon ihr Förderer. Sie begann dann auch zu schreiben, also hat sie eigentlich schon immer gemacht, aber erst war so ein bisschen so, nee, lass mal. Aber Moritz meinte so, doch, mach mal ruhig, wenn dir das Spaß macht, dann mach ruhig. Und sie schrieb dann auch so ein bisschen Lyrik, ein paar Dramen. Diese Dramen wurden sogar auch aufgeführt, was wohl auch daran lag, dass sie unter einem Pseudonym schrieb. Sie schrieb nämlich nicht unter Marie von Ebner Eschenbach, sondern unter M von Ebner Eschenbach. Und ja, M, kann ja alles sein. Und deshalb haben die Intendanten wohl auch gedacht, ja komm, spielen wir mal. Aber problematisch war eben, dass sie als Hochadelige den Adel scharf kritisierte, auch in ihren Stücken. Und da bekam dann der Moritz ein bisschen Probleme. Weil alle natürlich dachten, dass M in M von Ebner Eschenbach steht vielleicht für Moritz. Schwierig. Also er sah so ein bisschen seinen Namen kompromittiert. Ja, 1886 zog sie nach Wien und machte da, und jetzt kommt, jetzt wird es echt spannend, und jetzt kommen wir auch zu dem Titel meines Parts, da machte sie eine Uhrmacherausbildung. Und das war wirklich sehr ungewöhnlich für die damalige Zeit. Sie als Adelige ging natürlich jetzt auch nicht in irgendeine Berufsschule oder so, sondern der Meister kam dann ins Haus. Du als Berufsschulehlerin darfst das sagen. Ja, genau. Also die Adeligen, die ich bisher so unterrichtet habe. Die Gaswasserscheiße machen. Genau. Baron von Müller, das Rohr muss anders. Ich finde das wirklich spannend. Mach mal weiter. Ich müsste mich da jetzt mal nämlich einklinken. Ich finde das nämlich wahnsinnig frech irgendwie. Also nicht positiv frech. Sie macht das nicht, weil sie muss, um Geld zu verdienen, sondern sie macht das einfach, weil sie Bock drauf hat. Und da sieht man doch schon so diese Fallhöhle von Adel zu Nicht-Adel. Das ist doch schon irgendwie fies. Ja. Aber irgendwie auch cool. Ich weiß nicht, wie ich es finden soll. Red mal weiter. Ja, irgendwie auch cool. Also sie hat sich halt auch wahnsinnig für Uhren interessiert. Sie hatte eine unglaublich große Uhrensammlung, die man auch heute noch im Wiener Uhrenmuseum sich anschauen kann. Naja, nachdem die ersten Dramen, die sie so schrieb, nicht so wahnsinnig erfolgreich waren, schrieb sie dann ihre erste Posa, und zwar die Erzählung Lotti, die Uhrmacherin. Und damit kam dann ihr Durchbruch. Das wurde als Fortsetzungsroman erst mal veröffentlicht und kam super gut an. Wir können hier vielleicht mal reinhören. Freundin Lotti war soeben erwacht. Die Repetieruhr, die an einem zartgeschweiften Schnörkel am rechten Kopfende des altertümlichen, reich geschnitzten Bettes hing, schlug mit zartem Klange sechsmal an. Gleich darauf begann die deutsche Stockuhr, eine solide Arbeit Meister Anton Schreibelmeiers, von der Kermode am Pfeiler aus die Morgenstunde zu verkünden. Auf, auf, befahl ihre gebieterische Stimme, an die Arbeit, der Tag beginnt. Ihre Glocken hatten kaum ausgezittert, als auch schon die französische Wanduhr in aller Bescheidenheit eilig und leise zu melden begann. Sechs, sechs, gehorsam zeig ich's an. Eine kleine Pause. Und am linken Kopfende des Bettes erhob das Seitenstück der Repetier eine Spieluhr, ihre Silberstimme und gab ein Schäferliedchen zum Besten, so lieblich, als hätten kleine Engel es gesungen. Mit unendlichem Wohlgefallen lauschte das Fräulein dem Konzerte, das ihre Uhren abhielten, und hätte in den Schlussgesang beinahe mit eingestimmt, so fröhlich war ihr zumute. An dem Lichte, das durch die herabgelassenen Vorhänge in das Zimmer drang, erkannte sie, dass es heute einen schönen Tag gebe. War das nicht genug, um den reichen Quell von Heiterkeit in ihrer Seele zum Überströmen zu bringen? Sie stand auf und kleidete sich an. Sehr sorgfältig zwar, aber ohne dabei mehr als durchaus nötig war in den Spiegel zu sehen, denn sie war sich kein angenehmer Anblick. Die Zeit, in welcher sie ihren Mangel an Schönheit gar schmerzlich und fast wie eine Schmach empfunden, war freilich vorbei. Jetzt, mit 35 Jahren, als ehrenfeste alte Jungfer, hatte sie längst aufgehört, ihr Äußeres gehässig anzufeinden. Aber so ganz erloschen war das letzte Fünkchen Eitelkeit in ihrem Frauenherzen doch nicht. Wenn es sich auch nur in den Gedanken aussprach, es ist ein Glück, dass ich anderen anders vorkomme als mir selbst. Denn sonst könnte mich niemand leiden. So, das war jetzt der Anfang von Lottie, die Uhrmacherin. Finde ich eigentlich ganz nett. Also, das fängt so nett an. Die arme Frau. Die arme Frau. Erst wird sie nett von all ihren Uhren geweckt und dann so. Das ist dann ein bisschen was von drei Fragezeichen der schreiende Wecker. Weiß ich jetzt nicht mehr. Einfach ein Zimmer mit drei Millionen Uhren, die verschieden zu ihr singen. Gut. Und fast singt sie mit. Von mir gibt es ein Shoutout an alle 35-jährigen alten Jungfern da draußen. Das finde ich ganz wichtig. Ich musste so lachen bei dem Part. Das war schon gut. Ja, es trifft ein bisschen zu hart, weil wir ja gerade etwa alle in dem Alter sind, ne? Außer mir jetzt. Ja, du bist auch etwa in dem Alter. Zwei Jahre älter als ich. Ja, ja. Ja, ja, genau. Was ich mich gefragt habe, ist das frauenfeindlich, was da steht? Jetzt mit 35 Jahren als ehrenfeste alte Jungfer hatte sie längst aufgehört, ihr äußeres Gehässig anzufeinden. Aber so ganz erloschen war das letzte Fünkchen Eitelkeit in ihrem Frauenherzen doch nicht. Stefan, jetzt ist ja die Autorin nun mal. Ich finde es erstaunlich aktuell aber auch. Also ich finde es echt erstaunlich aktuell. So dieses, ich versuche mich davon freizusprechen. Body Positivity, bla bla und so. Aber so ganz freisprechen kann ich mich nicht davon, dass ich, wenn ich in den Spiegel gucke, denke, oh, ich sehe mich aus wie bei Insta. Ich wollte gerade sagen, vielleicht zu viele Insta-Fotos geguckt. Ja, ja. Also ich, keine Ahnung. Ich fühlte mich abgeholt. Okay, okay. Ich stehe, ich bin zwei Jahre älter als Stefan. Ich versuche jetzt zu meinem Körper zu stehen. Ich finde es auch immer schwierig, wenn das als Autorinnen sich das dann zu sagen, okay, wenn es eine Frau schreibt, kann es dann frauenfeindlich sein, aber die Schublade machen wir jetzt nicht auf. Ich wollte gerade sagen. Nein, nein. Können auch nicht deutsche Menschen rassistische Dinge schreiben. Also da gibt es Leute in der AfD. Eben. Also geht schon. Ja, es ist schon, und die Fallhöhe ist auf jeden Fall eine hohe. Von ach wie schön zu ach wie hässlich. Oh Gott. Die Arme. Ja, ja, ja. Und das alles innerhalb von einer Seite. Aber wie wir gerade gesagt haben, hat es immer noch extrem zeitgemäß. Ich finde das, also das passt auch heute noch sehr gut. Ja, wie eklig, dass das immer noch was zu sein scheint, was Frauen aufregt irgendwie, ne? Ja, ja. Aber vielleicht sage ich erst mal was zum Inhalt. Weil jetzt kennen wir ja erst mal nur den Anfang. Lotti, die Uhrmacherin, handelt von Lotti, der Uhrmacherin, die von ihrem Vater, ja, ich weiß, mind blown, die von ihrem Vater das Handwerk gelernt hat und auch eine wertvolle Uhrensammlung von ihm geerbt hat, die sie auf gar keinen Fall verkaufen möchte. Das ist ganz wichtig. Mit ihr zusammen hat auch ihr Ziehbruder Gottfried, der ist irgendwie über drei Ecken tatsächlich auch mit Lotti verwandt und lebt eben bei Lotti. Cousins. Ja, ja, nicht, ja, so. Das wird nicht so ganz klar, aber auf jeden Fall sind es verwandtschaftliche Bezüge. Ja, irgendwie schon, genau. Ach ja. Also die wachsen aber sozusagen als Geschwister auf und hermen beide das Handwerk von dem Vater. Ja, total. Vor allem, wenn man auf das Ende sieht, was ich ja noch nicht gesagt habe. Okay. Und dann gibt es dann noch die dritte wichtige Person, einen mehr oder weniger schlechten Schriftsteller namens Hermann von Hallwig, der Lotti heiraten will. Sie ist auch in ihn verliebt, löst aber dann die Verlobung, was sehr fortschrittlich ist, weil sie merkt, ich liebe den zwar, aber der liebt mich eigentlich nicht so sehr wie ich ihn. Eigentlich liebt er sich selber am meisten. Das ist auch sehr schön dargestellt, wie er dann reagiert darauf, dass sie die Verlobung löst. Er so, wie, Moment mal, du trennst dich von mir? Kannst du dich denn von mir trennen? Von mir? Ja. Da haben wir wieder dieses Emanzipatorische, ne? Ja, ja, total. Total. Also es ist schon ganz cool. Viele Jahre trifft sie ihn dann wieder. Er ist inzwischen verheiratet und in Geldnot. Das klappt nicht so richtig gut mit der Schriftstellerei. So, das erste Buch war eigentlich ganz gut und danach, naja. Lotti verkauft dann ihre Uhrensammlung, was sie ja eigentlich niemals machen wollte. Die ist ihr eigentlich echt heilig, um dem Hermann von Halwig zu helfen, aber ohne, dass sie ihm das erzählt. Also sie lässt ihn glauben, dass er irgendwie eine Erbschaft gemacht hat und er ist auch total glücklich, alle Probleme beseitigt. Lotti wird halt dargestellt als wirklich guter, selbstloser Mensch und sie lebt eben dann auch mit diesem Geheimnis weiter. Dann tun sich Lotti und ihr Ziehbruder Gottfried zusammen mit ihrem Uhrenladen und sie finden dann schließlich auch zusammen und heiraten. Und da habe ich, also das fand ich richtig cringe in der Erzählung, weil ich dachte so, Moment mal, ihr seid als Geschwister aufgewachsen, ihr seid eigentlich auch irgendwie miteinander verwandt und jetzt heiratet ihr. Okay, naja, ein bisschen merkwürdig. Wir sind ja mitten in der Zeit, ne? Es ist, ich möchte kein Ende nehmen, das ist das Thema. Ja, die heiraten bekommen auch einen Sohn. Mit Schwimmhäuten oder ohne? Darauf wird nicht eingegangen. Gut. Auf jeden Fall erfährt Lotti dann am Ende, dass der Halbig und seine Frau sich getrennt haben und er dann doch auch wieder schreiben muss, um sich sein Leben zu finanzieren. Ja, also Lotti bleibt quasi am Ende die Gute und ist auch völlig zufrieden mit ihrem Leben. Ja, das ist so der Inhalt von Lotti, die Ohrmacherin. Das ist halt ganz cool, weil die ist so eigenständig. Sie ist sozial und beruflich gefestigt und auch wenn es diese komischen Liebesverwicklungen gibt, sie wird eben als unabhängige und selbstbewusste Frau dargestellt. Ja, cool. Las ich auch ganz gut. Jetzt kennen wir ja erst mal nur den Anfang dieser Erzählung und weil es so herrlich nerdig ist, hören wir dann noch mal rein und hören, wie die Lotti sich die Uhrensammlung ihres Vaters anschaut. Also die ist in so einer Kommode, da gibt es verschiedene Laden, verschiedene Schubladen und wir hören uns mal an, wie sie eine von diesen, ich weiß gar nicht mehr, drei oder vier Schubladen beschreibt. Immer reichere Schätze gelangten zum Vorschein, als Lotti ein Lädchen nach dem anderen öffnete und schloss. Taschenuhren in allen Formen und Gestalten, achteckig, rund, oval, elliptisch, sternförmig, in Gehäusen aus Gold und Silber, aus Smaragd, Rauchtopas, Bergkristall. Unter anderem gab es eine Uhr in Kreuzform, mit dem Augsburger Stadtführ, Wart-Ein- und Wichszeichen versehen. Das Gehäuse, das Zifferblatt und der innere Decke waren mit Darstellungen des Leidens Christi bedeckt, die den besten Künstler zur Ehre gereicht hätten. Leider fehlte das Meisterzeichen. Aber mit Blindheit hätte man geschlagen sein müssen, um nicht sogleich zu erkennen, dass die prächtige deutsche Arbeit aus der Zeit Kaiser Rudolfs II. stammte und vermutlich von Hans Schlotheim hergestellt worden war. Über den Ursprung ihrer nächsten Nachbarin, gleichfalls kreuzförmig, mit Gehäuse aus einem Stück Rauchtopas, konnte kein Zweifel obwalten. Ihr Schöpfer hatte sie nicht namenlos in die Welt geschickt, sondern neben dem Stellungsgrade brav und deutlich sein, Konrad Kreizer eingeschrieben. Eine ganze Schar anmutiger Französinnen folgte. Köstliche Ührchen, geschmückt mit Emaimalereien von den Brüdern Ueaux oder mit erhabenen, geschnittenen Blumen, mit buntem Blattwerk, mit durchbrochenen Arabesken aus vielfarbigem Golde. Die Sammlung enthielt nicht minder merkwürdige Arbeiten von Tompjen in England, Albrecht Erb in Wien, Gerard Muth in Frankfurt, Matthäus Degen, Christoph Strebell. Kurz, es fehlten wenig große Namen und wer die vorhandenen mit recht scharfen Augen betrachtete, der sah mehr als nur Namen in eine Metallplatte eingeritzt. Der sah das Wesen des Meisters sich deutlich in seinem Werke spiegeln. Nach all den köstlich verzierten Stücken erschienen die einfachen Taschenuhren von Pierre Leroy, Berthoud, Breguet, eine Emery. Ach, die wecktraurige Erinnerung mahnt an die große Enttäuschung in Lottis Leben. Mit einer solchen Uhr in der Hand trat der einst. Hinweg, schlafe du nur ruhig weiter. Hinweg von dir zu dem unerhörtesten Kuriosum der Sammlung. Zu der Seetaschenuhr von Matsch dem Ersten. Die Geschichte will wissen, dass dieser berühmte und unsterbliche Mann in seinem Leben nur drei Seeuhren verfertigt hat. Und zwar die erste im Jahr 1774 und die beiden anderen, der blaue und der grüne Zeithalter genannt, im Jahre 1777. Nun, die Geschichte hat einmal wieder geirrt. Hier war sie auf die gründlichste Art der Welt widerlegt, durch eine Tatsache. Hier war eine vierte Matsch. Zwillingsschwester der Älteren, der von Maskelin in Greenwich geprüften und sicherlich in demselben Jahr mit dieser entstanden. Wie denn auch die beiden Jüngern in einem Jahr gemacht worden waren. Die weltbekannten Beschreibungen, die wir von der ersten Seeuhrmatsches besitzen, passten genau auf die, welche sich in Lottis Händen befand. Die Uhr war echt. Ihr edler Ursprung über jeden Zweifel erhaben. Es war eine ganze Matsch. Die Leistungsfähigkeit ausgenommen. Die durfte man freilich nicht mehr von ihr verlangen, der über 100 Jahre alten Greisin. Urich. Ja. Urich, richtig. Ich habe nicht so viel über Uhren gelesen. Ja. Das ist wie dieses 30-strophiges Nerd-Gedicht über Glocken. Schreiben wir einen Roman über Uhren. Warum nicht? Frauen können das auch. Ja, und vor allem, das war jetzt nur eine von den drei, vier Schubladen. Also die anderen sind auch nicht viel kürzer. Man liest echt viel über Uhren. Also ich bin echt hin und her gerissen. Einerseits finde ich das cool, dass sie diese Uhren auch alle personifiziert und die französische macht dies und die deutsche macht das und so. Also wirklich so liebevoll diese Uhren beschreibt, als würden die da echt umeinander tanzen. Das hat was. Total. Aber auf der anderen Seite dachte ich mir auch zwischendrin dreimal, okay, so genau wollte es jetzt echt keiner wissen. Also da hat Rudolf der Zweite von, hast du nicht gesehen, aber auch. Und das ist auch das vierfarbige Gold von dem. Und da siehst du aber auch ganz genau den Franzosen sowieso. Meine Herren. Ja, schon krass. Ja, aber da siehst du halt dann auch, also der Bezug zum Realismus. Also die hat halt ihr Uhrhandwerk gelernt. Und es wird jetzt extrem ästhetisiert. Ja, und so genau wollte es keiner wissen, was ich mir bei Effie Brest auch draußen mal gedacht habe. Obwohl ich die Uhren noch cooler finde als Hühnerstelle. Ja. Ja, ich auch. Ich auch. Aber ich komme auch aus so einem... So hat jeder seinen Fetisch. Mein Vater hat auch Uhren gesammelt. In meinem Elternhaus gibt es sehr, sehr viele Bücher über Uhren. Insofern fand ich das eigentlich auch ganz cool. So viel zu Lottie, die Uhrmacherin. Das war also der große Durchbruch quasi für Marie von Ebner Eschenbach. Was auch noch super bekannt ist von ihr, ist Krambambuli. Das ist eine Geschichte über einen Hund. Cool. Das ist... Oh. Ja, es ist wirklich, es ist auch wirklich herzerreißend. Ich habe mir das angehört, das Hörbuch angehört. Ist auch wirklich super kurz, irgendwie halbe Stunde oder so. Kann ich nur empfehlen. Es bricht einem echt das Herz. Es ist richtig gut geschrieben und auch spannend am Ende. Und oh. Ja. Hört euch mal an. Oh. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Ja, ich auch. Ja, nee, es ist, es ist, es ist, es ist schön, aber es ist halt auch super traurig. Also ich kann es echt nur empfehlen. Vielleicht. Ja. Ja. Ich musste heute schon durch Irrungen, Wirrungen. Ich bin emotional ausgezehrt, Julia. Ja. Ja. Und dann gibt es noch den Roman Das Gemeindekind. Das ist auch, damit ist sie auch sehr erfolgreich gewesen. Das habe ich mir jetzt nicht mehr zur Gemüte geführt. Das war mir ein bisschen zu lang in der Vorbereitung, aber soll auch sehr gut sein. Da geht es halt darum, dass die, die Auffassung widerlegt wird, dass negative Eigenschaften und Verhaltensweisen vererbt würden. Also es ist auch nicht schlecht. So ein Waisen, nee, eigentlich kein Waisenkind, aber ein Junge, der Vater wurde gehängt, die Mutter sitzt im Gefängnis und er schafft es, trotz dieser schlechten Ausgangsvoraussetzungen, wirklich ein erfolgreicher Bürger zu werden. Caro, was machst du für ein Gesicht? In einer Zeit, wo jeder, jeder sein Cousin und seine Cousine heiratet, macht sie sich Gedanken darüber, welche Eigenschaften vererbt werden. nur Sprechis. Ach so. Ja, stimmt. Warum? Wie weit dachten die denn? Sie ist so, ja. Die eigentliche Frage dahinter sprach, die Angst aus ihr oder der Wunsch? Sie war kurz davor, so kurz davor, es zu verstehen. Und dann... Hatte sie auch Anspruch auf den Thron von Spanien? Oder? Und dann macht man sich aber... Wenn der Adel seine Cousins und seine Cousinen heiratet, aber sich dann über die niederen Beweggründe des Bürgertums über Vererbung Gedanken macht, das spricht doch auch schon wieder Bände, oder? Also... Wahnsinn. Da kann man aber wirklich mal drüber nachdenken. Da vermischt sich ja alles. Während beim Adel, da ist ja die Blutlinie schon sauber. Die ist über so viele Generationen ausgedünnt worden. Da ist nur noch Gutes übrig. Das weiß man doch sofort. Nicht mehr viel, aber nur Gutes. Also durch ihre Prosa wurde sie jedenfalls zu einer richtigen Kultautorin. Der Titel meines Parts sagt es schon, sie hat tatsächlich Autogrammkarten machen lassen. Und die hat sie auch wirklich im großen Stil losgeworden. Also ihre Post konnte sie gar nicht mehr selber beantworten. Also so richtig so voll der Star. Wie die Stars. Eine richtige Ikone. Und moralische Autorität. Also sie setzte sich auch, hier Krambambuli, Hund und so, sie setzte sich auch für Tierschutz ein. Und habe ich, glaube ich, auch schon angedeutet, sie war für die völlige Gleichstellung von Mann und Frau, setzte sich gegen Antisemitismus ein. Also die war echt ganz cool aufgestellt. Sehr cool. Die war Mitglied in unheimlich vielen Vereinen. Okay. Krass. 1898 starb ihr Gatte und ihr wurde, das hat jetzt nichts mit dem Tod ihres Gatten zu tun, aber es fiel zeitlich in dieselbe, also es fiel in dieselbe Zeit. Sie wurde mit dem Ehrenkreuz für Kunst und Literatur ausgezeichnet. Das ist der höchste zivile Orden Österreichs. Und im Jahr 1900 erhielt sie als erste Frau ein Ehrendoktorat der Universität Wien. Also sie war wirklich hochgeachtet und total populär. Was ich auch ganz spannend fand, ich habe ja schon gesagt, dass sie so ein bisschen an ihrem Image gefeilt hat, weil sie zu Beginn ja so ein bisschen aufhörerisch war und auch radikal und so und sie ihrer männlichen Verwandtschaft wirklich viel zugemutet hat. Sie war als, sie bezeichnete sich auch selbst als Blaustrumpf, also gehörte zu den Frauen, die über Gebühr gebildet waren. Also mehr als eigentlich hätte es sein müssen. Das setzte quasi den männlichen Mitgliedern der Familie auch so ein bisschen zu. Ist auch peinlich, wenn da so eine Frau sich ständig irgendwie so äußert und wenn die so schlau ist. Das kommt einfach nicht so gut an. Da fällt auf, wie dumm man selber ist. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Korrekt. Oh, da fällt mir ein. Genau, da gibt es da so einen super Aphorismus von ihr. Für ihre Aphorismen war sie auch sehr bekannt. Und das passt jetzt total gut zu dem, was du gerade gesagt hast, Paul, weil einer ihrer bekanntesten Aphorismen ist, eine gescheite Frau hat Millionen geborener Feinde. Alle dummen Männer. Mic Drop. Ich, ne? Du musst einmal applaudieren. Geil. Mega. Richtig gut, richtig gut. Aber dieses Pfeilen am eigenen Image, das kommt zu der Zeit bei einigen prominenten Damen auch auf. Also ich musste gerade an Kaiserin Elisabeth denken, an Sissi. Die hat sich etwa auch so auf dem Alter 30, 35 nicht mehr fotografieren lassen. Fotografie war ja auch so ein Ding. Aber sie wollte, dass nur die Fotos von ihrem jugendlichen Ich die Zeit überdauern. Und das ist tatsächlich so passiert. Und deswegen gibt es wahrscheinlich auch heute diesen krassen Mythos, dass sie so super jung und jugendlich und frisch und so immer ausgesehen hat. Weil sie wirklich an einem gewissen Punkt keine Fotos mehr von sich hat machen lassen. Und also da stricken Leute auch schon zu Lebzeiten an ihren eigenen Legenden. Und das kann ich mir bei ihr auch cool und gut vorstellen. Bei dem Bild ist sie auch schon eine coole Socke. Vielleicht wollte sie so erscheinen. Ach so. Ganz genau. Das wollte sie nämlich. Denn was sie gemacht hat, was sie gemacht hat, ist, sie hat die ganze Korrespondenz, die sie mit ihren Freundinnen und so geführt hat. Also sie hat unheimlich viele Briefe geschrieben. Sie hat ihre eigenen Briefe vernichtet. Also die, die sie bekommen hat von ihren Freundinnen. Und sie hat die Erben, also sie hat alle ihre Freundinnen überlebt und sie hat dann quasi die Erben darum gebeten, bitte vernichtet doch auch die Briefe, die ich denen geschickt habe. Weil sie wollte halt unbedingt so als diese sittliche, alte, weise Dame rüberkommen und bloß nicht, dass irgendjemand noch irgendwelche Leichen im Keller oder so bei ihr findet. Und dann habe ich meinen Rock ein bisschen hochgezogen und mein Knöchel gezeigt. Und mein Kursum ist ganz rot geworden. Dann mache ich mir einen Schnittes-Track und finde das wunderbar. Dann ist so wunderbar. Ah, Klimm-Bim. Ja. Ach cool, dass du das auch noch kennst. Ich dachte, das kenne nur so zwei Jahre ältere Menschen wie ich. Ich bin Geschichtslehrer und hatte damals sehr viel Zeit und habe nachts Fernsehen geguckt. Ah, okay. Unsere jüngeren ZuschauerInnen googeln bitte Klimm-Bim und fragen sich, was das eigentlich soll. Klimm-Bim. Was kann man noch sagen? Ja, im Alter von 85 Jahren starb sie dann am 12. März 1916 in Wien und wurde in ihrem Geburtsort beigesetzt. Mehr habe ich jetzt nicht dazu zu sagen. Coole Frau einfach. Hat mir gut gefallen. Krasse Frau. Zu ihr zu recherchieren. Krasse Frau und Vorreiterin, ne? Für ihre Zeit echt vorn an. Also beeindruckend. Auch feministisch. Also sie wollte auch, sie wollte halt auch, dass Mädchen nicht irgendeine Bildung bekommen, sondern sie wollte, dass die genau dieselbe Bildung bekommen wie Jung. So. Sehr schön. Die Frage ist jetzt aber, inwiefern das zur Literatur-Epoche passt, weil sie ja schon mit ihrer Persönlichkeit, ihr Schreiben ja, das auf jeden Fall, aber wie sehr sie als Mensch aus dem Rahmen rausfällt, dass man sagt, das ist jetzt typisch bürgerlicher Realismus. Sie war ja keine bürgerliche. Bürgerliche schon gar nicht. Nee, genau, richtig. Hochreinlich. Als Frau, das ist für mich ganz schwierig einzuordnen. Aber die Frage ist, muss ein Autor selber da reinpassen, eine Autorin selber reinpassen? Genau, wollte ich gerade sagen. Also es ist ja nicht Werk und Autor. Das zeichnet sie ja dann auch schon wieder aus, dass sie eben da ausbricht. Doch. Coole Sache. Und das zeigt es ja auch immer wieder. Also diese Literatur-Epochen, die wir GermanistInnen uns da zusammen basteln, das sind ja Schubladen und Kunst passt da ganz oft einfach nicht rein. Also eine Ausnahme bestätigt die Regel. Auf jeden Fall, die scheint eine sehr coole Socke zu sein. Warum? Also ich weiß jetzt nicht, ob ich einen ganzen Uhren-Nerd-Roman mit einem Kurs lesen würde. Aber zu Analysezwecken ist das doch mega als Ausschnitt. Ja, es ist auch nicht so, als wäre da ständig die Rede von den Uhren. Also es geht ja auch um diese Beziehungen zwischen von Halwig und bla 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 und dann hat der Geldnöte und so. Ich habe natürlich jetzt auch einen ziemlich nerdigen Teil rausgenommen, weil ich den halt einfach so cool fand. Also da muss man keine Angst vor haben. Liest sich auch schnell, ist ja nur eine kleine Erzählung. Fand ich schon ganz gut. Ich glaube, ich kann Stefans Frage da verstehen. Warum ist sowas nicht dauerhaft irgendwie in der Literaturliste fürs Lesen an der Schule? Das gehört auch in den Realismus drin. Man könnte ja auch das Werk nehmen von einer Frau. Es klang für mich jetzt auch erstmal interessant und lustig vor allem teilweise. Könnte man auch das wählen. Ja, wobei ich glaube, dann würde ich eher Krambambuli nehmen, weil ich das noch, fand ich packender einfach. Hunde gehen ja immer, Richtig. Böhmermann Faust. Richtig, genau. Hunde gehen ja bekanntlich immer, ne? Kommt der Hund nochmal vor? Nein. Okay. Auf jeden Fall eine sehr coole Socke. Wir danken. Ja, gerne. Ja, schön. Ja, im letzten Teil verlassen wir die adeligen Gefilde und die Weiblichkeit. Definitiv, wir verlassen die Weiblichkeit und gehen wieder zu, weil ich glaube, weniger Weiblichkeit als beim nächsten Thema geht eigentlich kaum. Wobei, naja, wir schauen mal. Passenderweise direkt das letzte Kapitel, den schönen Titel Ende gut, alle tot. Das wäre ein Abschluss. Um nochmal einen Seitenhieb auf Pauls Selbstbegleit wieder zurück zum alten Jung von Thoom zu gehen, nur dieses Mal aus anderer Perspektive. Und zwar habe ich mir ausgesucht einen Vertreter, eben eigentlich, ich weiß nicht, ob man Vertreter des poetischen Realismus dazu sagen kann, aber ich nehme mal an, dass jeder ihn kennen wird. Die Rede ist von Heinrich Christian Wilhelm Busch. Ja, Wilhelm Busch, den wird jeder kennen und Spoiler, Wilhelm Busch war weit mehr als nur Max und Moritz. Ich war bei der Recherche, ich habe mich da auch so ein bisschen reingefuchst, auch sehr, sehr baff, was er für eine Persönlichkeit war. Hat auch ein paar Jahre und ein paar, ja, Werke beisammen bekommen. War nämlich nicht nur Dichter von Reim dich oder ich frest dich, sondern er war eben auch Zeichner und Maler. Also die ganzen Bildergeschichten, die wir von ihm kennen, angefangen bei Max und Moritz, die hat er auch alle selbst gezeichnet, alle von ihm. Also ich fange jetzt mal natürlich nicht bei Max und Moritz an, das kommt dann später und ich habe mir auch was anderes ausgesucht, weil Max und Moritz ja sicher, nehme ich mal an, hoffe ich mal, jeder kennt. Ja. Fangen wir mal ganz von vorne an. Geboren wurde Wilhelm Busch im April 1832 in Wiedensaal, ein kleines Kaff im Niedersachsen, in der niedersächsischen Provinz und gestorben ist er auch in der niedersächsischen Provinz in einem noch kleineren Kaff namens Mechzhausen und zwar im Jahre 1908. Ach da. Verstorben. Ja, ach da, kennt keiner, ich musste auch googeln, aber mal irgendwo Niedersachsen. Er war ja schon bei seinem Tod, also schon zu Lebzeiten eine Berühmtheit, ob eben seiner, seiner Bildergeschichten Max und Moritz ging durch die Decke und er gilt bis heute noch als, ja, Klassiker des deutschen Humors und auch so ein bisschen zum Vorreiter der modernen Comicgeschichten. Ja. Max und Moritz kennt jeder. Hans Huckebein, der Unglücksrabe, kam ja dann auch wieder, kannte ich auch noch und wer jetzt schon weiß, wie die Geschichten enden, der weiß auch schon, warum ich mich für diesen Teasel entschieden habe. Nicht nur der Urvater des Reims, sondern auch der Urvater des fiesen, satirischen Humors und ja, es geht nicht nur um Kinderprügeln, es geht auch viel um Doppelmoral, Spießbürgertum, um Gesellschaftskritik, um mit der Kirche hat er es auch nicht, das liegt vielleicht so ein bisschen an seiner Erziehung, also er war auch so ein bisschen misantropisch unterwegs, vielleicht auch deswegen lebenslänglich und jetzt sind wir wieder Junggeselle, lebenslänglich Junggeselle. Schwieriger, schwieriger Mensch, aber fangen wir am besten mal von vorne an. Was mich als erstes fasziniert hat an seiner Biografie ist sein Vater. Sein Vater war nämlich unehelich geborener Bauersohn und das war ja schon eigentlich schon skandalös und das erklärt eigentlich auch so ein bisschen, warum er seinem Sohn diese Ausbildung überhaupt ermöglicht hat, die Wilhelm Busch später dann genossen hat als junger Mann, weil sein Vater ihm eben Dinge ermöglichen wollte, wohl oder übel, die er selber eben nicht bekommen hatte. Also er wollte, dass sein Sohn es mal leichter hat als er selbst, auch wenn er von seiner Künstlerkarriere wirklich nicht viel gehalten hat. Ja, Wilhelm Busch geboren als erstes von sieben Kindern, also sechs Geschwister, in eine sehr strebsame, fleißige, fromme Protestantenfamilie. Aufgrund der hohen Kinderanzahl wurde es dann im heimischen Haus relativ eng und die Eltern waren auch nicht so wohlhabend, waren Kaufmannsleute, hatten einen Laden, ein Lebensmittelgeschäft wohl und deswegen haben sie ihn dann zu seinem Onkel geschickt, irgendwie so ein paar hundert Kilometer weiter, das nächste niedersächsische Provinzdorf und der Onkel war Pfarrer, protestantischer Pfarrer und er hat ihn dann auch unterrichtet. Viele Episoden aus seiner Kindheit sind wohl auch wiederzufinden in seinen Lausbubengeschichten, die er so geschrieben hat. Er hat dann nämlich auch seinen Freund kennengelernt, den Herrn Erich Bachmann und wenn man sich die Kinderbilder von denen wohl anguckt, ich habe es jetzt nicht genau nachrecherchiert, aber dann entdeckt man auch wohl schon eine gewisse Ähnlichkeit zu Max und Moritz, die da eine Rolle spielen. Jetzt kommt so der erste krasse Cut mit seinen 16, im 16. Lebensjahr hat der Vater ihn dazu überredet, genötigt, nach Hannover zu gehen, ans Polytechnikum und da Maschinenbau zu studieren. Fürs Protokoll nicht Jura, Maschinenbau. Danke, danke, danke. Maschbau. Maschinenbau. Da hatten wir aber auch noch nicht, ne? Ne, war ich auch total baff, aber ja gut, er war ja auch kein Adliger oder hatte auch keine höhere Herkunft, auch im Bürgertum eher unten angesiedelt, deswegen Maschinenbau vielleicht, ich weiß es nicht. Bodenständig. Ja, sehr bodenständig. Hat er wohl auch fleißig gelernt, vier Jahre lang, bis er dann irgendwann gemerkt hat, nee, möchte ich nicht und hat dann seine Eltern bequatscht, ihm ein Studium in der Kunstakademie in Düsseldorf zu finanzieren, was der Vater auch unter Zähnchenbrüchen dann gemacht hat. Ja, in Düsseldorf in der Kunstakademie. Entschuldigung, bei uns in Duisburg spricht man Düsseldorf immer so aus. Düsseldorf. Wenn ihr Julias Gesichtsausdruck gerade gesehen hättet, Caro sagte Düsseldorf und Julia guckte, als hätte sie gerade Schloss Versailles gesagt. So hatte ich Düsseldorf tatsächlich nicht in Erinnerung. Ich auch nicht, definitiv nicht. Wilhelm Busch wohl auch nicht, weil er hatte dann schnell keinen Bock mehr drauf. Naja, auf der einen Seite war es ihm alles zu verkopft. Also er hat Kunst studiert, aber nicht Literatur, sondern wirklich Malerei. Wollte er unbedingt Maler werden, hat dann aber relativ schnell aufgehört, da die Lehrveranstaltungen zu besuchen, trotz bezahlter Studiengebühren und hat dann sein Studium wiederum, nachdem er seine Eltern bequatscht hat, in Antwerpen weiter fortgefahren, bis er dann irgendwann gemerkt hat, wir wissen nicht, ob es stimmt, aber er hatte wohl ein sehr, sehr angekratztes Selbstbewusstsein und hat dann irgendwie von sich selber gesagt, nein, ich werde nie so gut wie die großen Künstler, also er hat da die alten Meister und so gesehen und war dann sehr desillusioniert und hat gesagt, das schaffe ich eh nie, das kriege ich nie hin, hat viele seiner Gemälde auch vernichtet dann. Ey, wenn der gewusst hätte. Ja, wenn der gewusst hätte und hat dann angefangen für Satirezeitschriften zu schreiben und eben seine Bildergeschichten, seine Karikaturen zu entwerfen, wie wir sie heute auch von ihm hauptsächlich kennen, hat die selber aber nie so hoch geschätzt. Also er hat immer gesagt, ja, diese Kritzeleien, die er da macht, die sind gut zum Geld verdienen, so ein bisschen nebenher, aber mehr eben auch nicht. Sorry, aber da kann ich voll relaten. Also ich zeichne ja auch ein bisschen oder habe mal sehr viel gezeichnet und dann denkt man sich auch immer so, wenn man so ein Bild fertig hat, denkt man sich auch so, ja, guck mal hier, du machst Fortschritte, das ist super und dann gehst du einmal bei Insta rein, guckst dir so an, was andere Menschen tun und dann denkst du auch so, ja okay, I'm not worthy, weg mit dem ganzen Kram. Moment, machen wir heute den Ofen an. Ich nehme mal an, das geht tatsächlich fast jedem Künstler so, es ist so, dass man immer, aber er war da wohl schon extrem selbstkritisch, obwohl er ja auch dann irgendwann Erfolg damit hatte. Bei ihm war dann noch das Problem, dass viele seiner Sachen dann eben auch ein juristisches Nachspiel hatten, manche seiner Karikaturen und Zeichnereien, die er hatte, also angefangen, dass natürlich Max und Moritz von manchen als aufrührerisch und es versaut ja die Kinder und das war sogar in bestimmten Regionen für Kinder und Jugendliche unter 18 verboten, weil das bringt dir ja auch dumme Gedanken. Dieses aufrührerische Geschreibsel geht ja gar nicht. Ja, aber preußischer Unterdrückungsstaat, also die Pressezensur und die Literaturzensur, die machte auch vor sowas nicht halt. Richtig, genau. Ja, es war dann auch gar nicht so viel später, dass er dann, also es hat sich dann viel in München rumgetrieben, ich möchte jetzt auch gar nicht mehr so viel über sein Privatleben, war sehr übersichtlich, weil er ja auch keine, also Lebzeiten, wie gesagt, wirklich Junggeselle war, wohl auch unglücklich, tragischerweise. Alles ein bisschen, ein bisschen tragisch und es nimmt noch ein tragischeres Ende, also das Böse, Böse kommt ja dann noch und hat dann so zwischen, muss wohl zwischen 1560 und 15, ne Quatsch, 1518, 60 und 1865 dann eben mit diesen Bildergeschichten, mit den berühmten, wie wir sie heute kennen, auch angefangen haben. Das Tragische zu Max und Moritz am Rande, sein Verleger hat ihm gekündigt und dann hat er Max und Moritz gezeichnet und wollte als Wiedergutmachung für sein schlechtverkauftes Werk, hat er ihm dann Max und Moritz quasi geschenkt, dem Verleger und hat dann lange nichts davon gesehen, von diesem Geld, weil er ja so ein Beiwerk nebenher, dass es dann mal sein berühmtestes Werk werden wird, ja auch tragisch, hat auch keiner gedacht. Ja, ihn hat es dann währenddessen nach Frankfurt, also er ist weit rumgekommen, bevor er wieder in Niedersachsen gelandet ist, nach Frankfurt verschlagen, hat dann unter anderem neben Max und Moritz auch eben nicht nur Kindergeschichten veröffentlicht, für Max und Moritz explizit für Kinder auch, sondern auch für Erwachsene Bildergeschichten mit Reimen unterlegt, geschrieben und gezeichnet. Eins davon war der heilige Antonius von Padua, wo er die katholische Kirche von vorne bis hinten durch den Kakao zieht, wurde, ja, wurde auch verklagt, also der Verlag wurde verklagt und der Verleger hat sich dann auch geweigert, weitere Werke von Busch zu veröffentlichen, er hat dann aber einen anderen Verleger gefunden und da erschien dann sein Werk und das ist auch eines der Bekannteren, namens Die Fromme Helene und den Anfang, das erste Kapitel der Frommen Helene hören wir uns jetzt einmal an. Triggerwarnung, eine der Strophen ist hart antisemitisch. Wilhelm Busch Die Fromme Helene von 1872 erstes Kapitel Wie der Wind in Trauerweiden tönt des frommen Sängers Lied, wenn er auf die Lasterfreuden in den großen Städten sieht. Ach, die zittenlose Presse, tut sie nicht in früher Stunde all die sündlichen Exzesse schon den Bürgers Leuten kund. Offenbach ist im Thalia, hier sind Bälle, da Konzerts, Annchen, Handchen und Maria hüpft vor Freude schon das Herz. Kaum trank man die letzte Tasse, putzt man schon den Irtschen Leib, auf dem Walle auf der Gasse wimmelt man zum Zeitvertreib. Wie sie schauen, wie sie grüßen, hier die zahlreichen Mosieus, dort die Damen mit den süßen himmlisch hohen Prachtpropös. Und der Jud mit krummer Ferse, krummer Nase und krummer Hose schlängelt sich zur hohen Börse tief Verderbs und Seelenlos. Schweigen will ich von Lokalen, wo der Böse nächtlich prasst, wo im Kreis der liberalen Mann den heilgen Vater hasst. Schweigen will ich von Konzerten, wo der Kenner hochentzückt mit dem seelenvoll verklärten Opernglase um sich blickt, wo mit weichem Wogebusen Mann schön warm beisammensitzt, wo der Heerechor der Musen, wo Apollo selber schwitzt. Schweigen will ich vom Theater, wie von da des Abends spät schöne Mutter alter Vater Arm in Arm nach Hause geht. Zwar man zeuget viele Kinder, doch man denkt nichts dabei und die Kinder werden Sünder, wenn's den Eltern einerlei. Komm, Helenchen, sprach der brave Vormund, komm, mein liebes Kind, komm aufs Land, wo sanfte Schafe und die frommen Lämmer sind. Da ist Onkel, da ist Tante, da ist Tugend und Verstand, da sind deine Anverwandte. So kam Lenchen auf das Land. Wo gräbst du sowas immer aus? Was die Pracht popös, hervorragend, das ist super. Was sich mit Monsignös reimt, großartig. Ja, das steht da so. Wie es geschrieben ist, Monsignös, also wie was spricht, hervorragend. Monsignös. Ja, gut, die eine Strophe, weil du schon die Triggerwarnung vorweg gehauen hast, es gab Wilhelm Busch, um das vielleicht so als kleinen Exkurs, kleinen unschönen Exkurs vorweg zu nehmen, auch natürlich deswegen eine Antisemitismus Debatte, seine Biografen, es gibt ja mehrere Busch-Biografen, Busch-Biografen, wie das schon klingt, die sind sich da so ein bisschen uneinig, also wenn man so sein Gesamtwerk betrachtet und sein privates Umfeld, also sein Gesamtwerk, da hunderte von Zeichnungen sind wohl zwei, wo dann ja dieses Klischee-Bild des jüdischen Kaufmanns dargestellt wird, eben im Zusammenhang mit diesen Reimen, wo man jetzt, also ich sage immer, es ist eine Erklärung, keine Entschuldigung, natürlich Wilhelm Busch war auch leider ein Kind seiner Zeit, was das angeht, hatte aber auch im Freundeskreis viele jüdische Freunde und hat sich wohl auch, also es ist nicht belegt wohl, dass er sich explizit auch mal außerhalb seines literarischen Kontextes dieser Klischees bedient, aber ja, man muss einmal kurz drüber sprechen. Man fragt sich immer, warum das sein muss, ne? So ein cooles Gedicht, so ein cooler Text und dann kommt dann diese eine Strophe hier mit, der Jud mit krummer Nase und tief verderbt und seelenlos. Was hat das da drin zu suchen? Wer es ohne nicht gegangen will? Wer es ohne nicht gegangen? Ja, da habe ich mich auch gefragt, er beschreibt ja das so wunderbar, diese Bigotterie der spießbürgerlichen städtischen Gesellschaft vor allem und springt dann aber aufs Land und das ist ja hochironisch, wo er sagt, komm Helenchen, komm aufs Lande, da ist ja alles viel besser, turns out, it isn't. Also das war ja nur das erste Kapitel. Wer sich es anhören mag, es gibt es natürlich auch zum Anhören, es dauert auch nicht lange, eine halbe Stunde, je nachdem wie es gelesen ist, diese Reime, die nehmen einen einfach mit. Ich finde, man muss so oft schmunzeln dann auch und ja, die Geschichte von Helenchen spiegelt so das wieder, was, ja, ihr Busch so anprangert an dieser Bigotterie des Bürgertums. Also die Helene, wohl Waisenkind, man weiß es nicht genau, kommt dann zu eben Onkel Nolte und seiner Frau, der Tante Nolte. Wer muss da nicht an Witwe Bolte denken? Und dann wird das Helenchen eben dazu ermahnt, brav und lieb und nett zu sein und immer gläubig und keusch und aber gleich am ersten Abend spielt sie dem Onkel einen Streich und näht sein Hemd zu und er kommt dann nicht mehr in das Hemd rein und alle sind total drüber und ach ja, so Kleinigkeiten, das macht sie immer mal wieder und dann kommt der Vetter Franz, ihr Cousin, natürlich, Vetter Franz, zu Besuch und ich glaube ich. Was ist denn heute los? Meine Güte. Ja. Botschaft der Folge, der Realismus war die Epoche des Cousinen heiratens. Meine Fresse. Ja. Lass mich zurück. Ja. Dann kommt dieser Vetter Franz und in den verliebt sie sich dann auch. Ob es dann zu was kommt, weiß man nicht, wahrscheinlich eher nicht, aber sie verliebt sich in ihn. Der macht aber lieber mit den Dienstmädchen rum, aber das sieht sie ihm alles nach und ach ja und dann kriegt der Onkel, das irgendwann mit, ist natürlich hoch entsetzt, schickt dann die Helene auch fort, nachdem sie ihm nochmal x Streiche spielt. Also es ist wirklich so eine Mischung aus Humor, wie man ihn von Max und Moritz kennt, aber halt eben auch tief fieser Gesellschaftskritik. Ja, und dann ist er weg, der Franz, und sie schickt ihm Liebesbriefe, darf alles nicht sein und so gehen die Jahre ins Land. Und irgendwann merkt sie dann doch, ja, heiraten wäre mal nicht schlecht. Dann heiratet sie einen wohl situierten Herrn G.J. Schmöck. Herrn G.J. Schmöck. Nichts der Liebe wegen, sondern eigentlich eher aus Eigennutz. Und jetzt kommt ja aber der geile Part, wo ich so, ich weiß nicht, ob ich es lustig oder ekelhaft finde. Also die Ehe bleibt wohl kinderlos und sie weiß nicht, was machen. Gehe ich mal auf Pilgerfahrt. Er ist ja gutgläubige Protestantin, geht sie auf Pilgerfahrt zusammen mit ihrem inzwischen, ich glaube, Priester, korrigiert mich, Vetter Franz, ohne ihren Mann. Aber ja, es muss ja irgendwas passieren, damit die Ehe irgendwie von Erfolg gekrönt ist. Die Pilgerfahrt ist erfolgreich mit ihrem Vetter Franz, denn kurz danach bekommt Helenchen Zwillinge, die dann, ja, die dann, aber wohl nach einer Weile, Paul kriegt sich gerade nicht mehr, gerade einer Weile fällt auf, dass die ihrem Vetter Franz doch irgendwie viel ähnlicher sehen als dem Herrn Schmöck. Ach ja. Oh Gott. Oh Gott. Naja. Ja. Meine Güte. Naja. Ich finde das herrlich wie der Busch, die da an der Nase rumzieht. Und mit was für einer sprachlichen Leichtigkeit auch. Ich hänge immer noch an, wo mit weichem, wo gebußen, mann schön warm, weil so großartig. Das ist so nah an Schlotterbusig, aber in schön. Richtig. Wilhelm Busch redet da auch gar nicht lange um den heißen Brei, lässt das Ganze aber wieder tragisch, komisch enden. Also Helenes Ehemann nimmt das dann wohl so hin, aber auch nicht mehr lange, denn er erstickt dann relativ schnell an einer Fischgräte und verstirbt. Dem Vetter Franz, dem er geht's auch nicht besser, der wird dann nämlich bei einer Liebelei erwischt mit einem Küchenmädchen, also seit Jugend an ist er seinem naja Tun und Machen treu geblieben. Wird dann von einem eifersüchtigen anderen, wird ihm der Schädel eingeschlagen, also Vetter Franz ist dann auch tot. Mein Gott. Das ist ja wie bei Shakespeare. Nur die Reime sind irgendwie schöner. um dem Titel des Kapitels ein tragisch, komisches Ende zu bereiten. Helene sitzt dann da mit ihren Zwillingen und verfällt schließlich dem Alkohol. Oh. Das wird ihr dann später zum Verhängnis und sie stürzt dann wohl irgendwie betrunken in ein Feuer und stirbt ebenso und ja, so endet dann Helenes Leben im großen Kochtopf der Hölle, wo sie allerdings alle bekannten Nasen dann wieder trifft, inklusive Onkel Nollte, der am Ende dann nur noch kurz hinzufügt, das Gute, dieser Satz steht fest, ist stets das Böse, wenn man's lässt. Oh. 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 Ja, das ist quasi Max und Moritz Was ist mit den Zwillingen passiert? Das weiß ich nicht. Die Zwillinge sind Max und Moritz. Das kann sein. Aber das wurde ja, das wäre dann quasi ein Prequel. Das wäre dann ein Max und Moritz ein Prequel. Ja, ja, genau. Ich glaube, Max und Moritz sind früher entstanden. Ja, warum nicht? Why not? Why not? Ja. War sehr beliebt, war sehr bekannt, nicht so erfolgreich wie Max und Moritz, aber, boah, harter Tobak, echt. Die Reime machen's eigentlich noch viel grotesker, als es ohnehin schon ist. Also dadurch, dass sich das alles so komisch, so witzigen, komischen Reimen versehen ist, boah, das ist echt harter Stoff und ja, es wird halt noch tragischer, wenn man weiß, dass Wilhelm Busch zeitlebens ein großes, großes Alkoholproblem hatte. Wohl auch, was sich auch in seinem Spätwerk manifestiert, wo er dann so ein bisschen diese Reimerei abgeschworen hat und seine späteren Sachen haben sich nie verkauft, weil es zu verkopft war. Aber wenn man seine Gedichte mal liest, also das trieft vor Selbstmitleid auch und vor, ja, Selbsthass. Also er hat, ja, gewusst, dass er ein Problem hat. War auch sehr starker Raucher übrigens. Ich hab mal gegoogelt, ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber er hatte in seinem Leben wohl zwei Nikotinvergiftungen, die er überlebt hat. What? Ich glaub aber so viel, also laut Dr. Google kann man gar nicht so viel rauchen, als dass man das, also weiß nicht, wie er das gemacht hat. Ja, was für Kräuter hat man da damals geraucht? Keine Ahnung. Es waren wohl Zigaretten, Hochendits Opa Extreme. Ja. Ich weiß es nicht, aber Respekt an dieser Stelle. Also er war wohl auch sehr zäh, aber er ist ja doch dann für seine Verhältnisse relativ alt geworden. Ja. So Mitte 70 ist er dann einsam verstorben, hat ja auch dann nie geheiratet und ist dann bei seiner Schwester eingezogen, die sich so ein bisschen um ihn gekümmert hat, in dem Haushalt gemacht hat und war dann auch, also er war ein richtiger Menschenhasser. Er wollte auch keine Gesellschaft mehr, hat auch keinen Besuch empfangen, nichts hat da vor sich hingeschrieben, bis kurz vor Ende noch geschrieben. Mein Gott. Ich finde, wenn man so, deswegen habe ich mir den auch ausgesucht, wenn man diese krasse Biografie, diese tragische Biografie verknüpft mit dem, was er so an Witzigem geschrieben hat. Ja. Er sagt, das ist schon unglaublich, wie er den Humor als Überlebensstrategie dann gewählt hat, zu sagen, okay, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht, eine Frau finde ich auch nicht. Eigentlich bin ich total scheiße, weil ich bin Hardcore-Alkoholiker und eigentlich sollte mich jeder hassen. Dann schreibe ich eben Geschichten, über die die Leute lachen. Krass. Wahnsinnig modern und in seinem Buch. Gruselig, aber Respekt. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht eure Kindheitserinnerungen an Max und Moritz zerstört. Nee, aber das ernst du halt auch nicht, wenn du als Kind mit dem Max und Moritz Buch sitzt. Genau. Ja. Ja. Wobei da auch die Brutalität ja aus jedem Bild rausquillt. Das stimmt. Das war ja für ihn Zeitlebensthema, diese Prügeleien und diese Erziehung. Wobei er sich ja auch nie dazu äußert, dass er das nicht gut findet. Die werden ja am Ende, kriegen ja alle ihr Fett weg. Naja, und die sterben am Ende von jedem Kapitel. Eben. Huckebein stirbt am Ende übrigens auch. Und wenn man das mal durch diese Brille guckt, ist es schon gruselig. Aber ja, Wilhelm Busch gilt schon auch so als Vorreiter von, wenn man das so nimmt, so einen Kästner oder einen Tucholsky oder einen Heinz Ehrhardt, wo man sagt, okay, die führen den auch alle als großes Vorbild an. Finden wir ja klar, bei Heinz Ehrhardt wird. Ich habe kurz überlegt, habe ich spaßeshalber ein Gedicht von Heinz Ehrhardt reinschmuggelt und behauptet, es sei von Wilhelm Busch. Wäre mir nicht aufgefallen. Großartig. Mir gefällt natürlich besonders die Religionskritik. Aber was halt auch krass ist, ist, dass er so achtkantig aus der Epoche fällt, oder? Also neben dem Realismus und diesem Biedermeerlichen ist ja eigentlich nicht viel los. Und dann kommt er mit so einem Kram an. Also meine Güte. Wobei ich finde schon, wenn man jetzt die Definition von poetischem Realismus weit fasst, also er beschreibt ja die Realität in all seiner Härte und haut halt den Humor filtert rüber. Weil ich meine, man kann ja das Ganze grotesk verzerren, indem man es eben lustig darstellt. Das ist ja Satire at its best. Das macht ja Satire. Satire soll wehtun. So gesehen bezieht er sich schon auch auf die Realität damals. Aber gerade nicht beschönigend, sondern dann mit diesem Humorelement stattdessen. Also diesen grausamen, grausamen, grausamen Humor. Anstatt dass es dann wie bei Effie Briest ist. Ja, guck mal hier, der geht's scheiße. Aber sie waren ja auch bei Familie von sowieso Bach am Wochenende noch und haben Tee getrunken. Bla, bla, bla. 40 Seiten später. Aber da halt mit diesem bissigen Humor dann. Ja, da passt vielleicht eher so dieses Ästhetisierung des Alltäglichen dazu. Weil ich meine, es ist ja eine Ästhetisierung, wenn du es in Reime packst. Der Kinder geht nicht. Es muss ja nicht schön sein. Also man kann drüber lachen, man kann aber auch sagen, um Gottes Willen, das ist ja fürchterlich. Geht beides. Muss man auch erstmal schaffen. Cool. Ja. Ende gut, alle tot. Wir danken dir. Ja. Dankeschön. Gehört sowas in den Lehrplan? Hm. Gäste zuerst? Wer hängt denn an? Gäste zuerst? Oh, also ich behalte es bei, weil ich habe das in der Schule ja nie selber gemacht, habe aber auch nie was daran vermisst, dass mir jetzt mal irgendeiner gesagt hat, das ist jetzt poetischer Realismus und das musst du jetzt da und da von auseinanderhalten können. Hm. Nö. Also die einzelnen Werke an sich schon, aber diese Epochenmerkmale an sich explizit in den Lehrplan. Also ich selber packe das auch immer in eine Schublade mit, gebe ich offen zu, mit Naturalismus und poetischem Realismus, dass man halt so einen Kontrapunkt hat, wo man ein bisschen kontrastieren kann, das ist das, das ist jenes. Mir ist eigentlich die historische Abfolge viel wichtiger als irgendwelche Epochenschubladen, also Strömungsschubladen. Aber da kommt vielleicht auch wieder ein bisschen arg der Geschichte-Lehrkraft-Nerd durch. Eher die Entwicklungslinien als die Jahreszeilen, ja. Ja, richtig, genau. Was sagst du? Also ich würde sagen nö. Ich würde sagen nö. Nö. Eher nicht? Nicht explizit. Ja. Okay. Also natürlich darf man die Werke lesen. Da würde ich mich auch anschließen. Ja, abgesehen von den Werken, aber jetzt nur Epoche zu sagen, wir machen jetzt eine Unterrichtseinheit oder ein paar Stunden extra zu, das ist poetischer Realismus, da gehört das natürlich, braucht man nicht. Hört lieber einfach nur diese Podcast-Folge. Nee, vor allem nicht ein paar Stunden. Ich würde auch sagen, könnte man mal kurz anreißen, aber muss auch nicht unbedingt. Also da gehe ich komplett d'accord. Boah, also die Werke schon, aber, ja. Da würde ich mich anschließen, aber weil ihr es gerade hinter euch habt, das ist ja Notenvergabe gerade. Ich glaube, wenn so ein Schüler nochmal den Plan hat, kann ich nicht nochmal ein Referat geben. Da wäre das schon ganz praktisch. Da könnte man sowas machen. Muss natürlich auch nicht so groß sein, wie wir das heute gemacht haben. Das würde ich mindestens verlangen. Ja, weiß nicht. Poetischer Realismus ist eine der letzten Literatur-Epochen, die sich Schüler auswählen würden für ein Referat. Da gibt es schönere, definitiv. Und wenn nicht, dann dränge ich die dahin, dass sie das so tun. Ich fand ja dein Referat-Teil gerade richtig toll, daher. Also Referat über Wilhelm Busch, Leute jederzeit, gern. Ich denke halt auch nicht, dass es explizit sein muss. Also es ist schön, war informativ für mich heute zum Beispiel, aber ich hatte es auch in der Schule nie, es hat mir auch nie explizit gefehlt. Also auch von mir ein Muss nicht. Drei Daumen runter. Also ich habe damals Irrungen-Wirrungen lesen müssen, wie großartig ich das Phantom-Bild-Teil 2 gehört. Hat mir jetzt, hätte mir jetzt in meinem Leben auch nicht gefehlt, wenn es nicht da gewesen wäre. Ich habe ja so das Abo auf die Leistungskurse zurzeit. Ich mache immer den Anfang von Effi Priest mit denen. Den sollen sie einmal auseinander analysieren, damit es mal stattgefunden hat. Danach gucken wir dann Böhmermann, weil da tatsächlich alles drin ist, was man über Effi Priest wissen muss. Schüler finden das dann auch faszinierend, sind dann aber auch froh, dass sie es hinter sich haben. Und mehr Realismus, abgesehen von diesem typischen Epochenreferat, irgendwas mache ich nie. Man sucht ja auch immer einige Werke selbst aus. Ich habe noch nie ein Werk aus dem Realismus reingenommen. Ich weiß nicht, das ist so abschreckend. Das war für mich damals schon so abschreckend. Und wenn wir mal so durchgehen, keine Ahnung, Effi Priest würde ich nicht reinnehmen. Irrungen-Wirrungen, nicht mal für Geld. Ja, der Schimmelreiter, ja, Depends. Man könnte ja auch Erzählungen lesen, keine Ahnung, Hebbel, Storm, Fontane, Keller irgendwie. Aber ach, das ist meistens so tröge irgendwie. Auch vielleicht gerade wegen dem, was wir gesagt haben, da muss sich ja jeder seine eigene Meinung bilden. Gerade weil die Erzähler dann die Lage nicht kommentieren. Die stellen Probleme in den Raum und gehen dann zum nächsten artigen Ausritt weiter. Also mir ist es oft zu schwülstig. Und ich weiß jetzt auch nicht, es gibt so viele aussagekräftigere Literaturepochen. Ja, also ich brauche es auch nicht, abgesehen von diesem Epochenüberblick und vielleicht mal einem Roman anfangen als Anschauungsobjekt. Aber das soll dann auch im Leistungskurs gereicht haben und im Grundkurs lasse ich es weg. Aber wisst ihr, was wir heute alle gelernt haben? Und ihr Hörenden da draußen bitte auch? Finger weg von euren Cousins und Cousinen. Da liegt kein Segen drauf. Das nimmt kein gutes Ende nicht. Egal, ob ihr adlich seid oder nicht. Es geht einfach nicht. Lass es einfach. Ihr habt hinterher wieder den ganzen Stress, dass ihr auf einmal für den Thron von Spanien auf der Liste steht und dann habt ihr da nur Trubel mit und der Napoleon III mag euch nicht. Lohnt sich nicht. Es gibt alles nur Ärger. Okay, amtliches Endergebnis 0 zu 4. Ja. Hatten wir ewig nicht. Ja, die Bücher darf man weiterhin lesen, wenn man den Geschmack dran findet. Aber sonst reicht ein Überblick. Der Rest kann raus. Oder dieser Podcast, den man dann jetzt hören kann. Das ist natürlich auch eine Option, ne? Ja, also ich hatte heute jede Menge Spaß. Ja, ich auch. Untertitel Spaß mit Cousinen. Das darf man jetzt auch nicht googeln. Ich will nicht wissen, was da rauskommt. Zärtliche Cousine. Dann mache ich mir einen Schlitz ins Kleid und finde es wunderbar. Genau. Und finde es wunderbar. So, auf diesem Höchstpunkt der Seriosität lassen wir unsere HörerInnen mit all ihren Traumata Spaß aus dieser Folge alleine. Wir hoffen, auch ihr hattet Spaß. Wir übernehmen keine Kosten für Nachbehandlungen. Danke, Caro, dass du mal wieder hier warst. Ja, der hat sehr Spaß gemacht. Ja, danke. Immer wieder gerne. Immer wieder gerne. Ich sage es auch nur. Sehr schön. Auf Wiederhören. Tschüss. Ciao, ciao. Ihr hörtet den poetischen Realismus in der 32. Folge Laberfach. Damit hätte jetzt auch kein Mensch gerechnet, dass wir in dieser Irrungen, Wirrungen, Effibriest-Episode so viel zu lachen haben. Dafür bedanken wir uns unter anderem bei der lieben Caro. Die hat auch außerhalb dieses Podcasts sehr kluge und unterhaltsame Dinge zu sagen. Unter Caro Blofeld findet ihr die auf Twitter und auf Insta. Besten Dank außerdem wie immer an unseren Podcast Kapellmeister Fandi. Den findet ihr auf Twitter unter Fandorin Music. Und nun kommt ihr ins Spiel. Wir haben dem Realismus eine Absage erteilt. Seht ihr das ähnlich? Diskutiert mit uns auf Insta oder auf Twitter. Dort erreicht ihr uns auch für Feedback, für Fragen oder für Bücherwünsche. Wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann schenkt uns doch außerdem ein paar Sterne in der Podcast-App, in der ihr uns gefunden habt oder empfehlt uns euren FreundInnen weiter. In diesem Sinne, Finger weg von euren Cousinen und bis zum nächsten Mal.